Und der Basti ist auch mit dabei. Wie der flüsternde Grieche sagt, wie man auf meiner Michael-Cross-Uhr lesen kann. Ich habe ja gelernt bei intensiver YouTube-Recherche, ich fange schon an zu lispeln, dass Iced Out irgendwie das neue Modeding ist. Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, was das ist, aber scheint irgendwie so der neue heiße Scheiß zu sein. Du hast mich aber angeteased, das will ich wissen, ey. Also diese Zeit, sie rennt so schnell. Was ist das? Was renntest du? Ich weiß es doch auch nicht, ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, dass Menschen damit veralbert werden, wenn sie Iced Out-Schmuck und sonstigen Kram kaufen. Keine Ahnung. Iced Out ist eine Schmuckmarke. Ah, okay. Keine Ahnung, ich frage dich, Alter. Weiß ich nicht, es ist keine Ahnung. Dinge, die die Welt nicht versteht, es ist ein... Ja, du hast eben was von Recherche erzählt und jetzt kommst du mit Halbwissen. Ja, Recherche, ich habe drei Stunden... Du bist mit Enzo in Kontakt getreten, das war nicht gut letzte Woche. Ich habe eine sehr intensive, dreistündige YouTube-Recherche gemacht und mir lustige Videos angeguckt. Es war fasziniert. Genau. Unter anderem habe ich das Gegenstück oder den ersten ASMR-Prank gefunden, wo Leute einfach 20 Minuten sich aufnehmen, während sie Hot-Docs essen. Und ich muss sagen, Leuten dabei zuzuhören, wie sie bei voll aufgedrehtem Mikrofon Hot-Docs essen, ist sehr, sehr eklig. Es gibt auch keinen Grund, warum man das tun sollte tatsächlich. Ich verstehe auch nicht, warum man das tun sollte. Ich habe es... Was haben wir getan? Die ersten zwei Minuten danach waren mir schlecht. Ja, gut. Gut, nicht ganz so schlecht war mir bei dem Spiel, was wir vergangene Woche hatten gegen Arsenal, wobei da auch schon gewisse Reaktionen herrschten. Stimmungsmäßig fand ich auch, mal abgesehen von der geilen Choreo, war das zumindest am Fernsehen so ein bisschen schwierig. War das nur so mein Eindruck am Fernsehen oder war das auch im Stadion der Fall? Ja, also, das ist auch echt so krass, wenn wir jetzt über Arsenal sprechen, das habe ich jetzt auch schon wieder fast vergessen. Trotz der Tatsache, dass es irgendwie ein relevantes Spiel war natürlich. Korrekt. Aber ganz klar, ganz klar war die Stimmung nicht so gut. Also, im Vergleich zu dem Spiel gegen Dortmund, gerade in der zweiten Halbzeit, da war wieder ein ganz anderes Feuer da. Das habe ich natürlich jetzt gegen Arsenal aus irgendeinem Grund nicht so wirklich gemerkt. Aber ich glaube, du kannst halt auch nicht nur diese Höhepunkte haben. Und du überlegst, dass das letzte Europa-Cup-Spiel dieses, ja wahrscheinlich eins der genialsten, packendsten Spiele ever im Waldstadion war, wo es echt um alles ging gegen Straßburg. Dass du diese Emotionalität nicht replizieren kannst. Ja, ist irgendwie klar, dass es dann ausgerechnet gegen Arsenal ein bisschen mau war. Muss man zugeben. Aber das Ergebnis hat er ja auch nicht so zufriedenstellend. Ja, mich hat es trotzdem gewundert, weil die Spielweise am Anfang war eigentlich trotzdem so, dass ein Publikum hätte mitnehmen können. Muss man schon sagen. Also, du musst schon sagen, die Eintracht hat ja Chancen. Ja. Das war ja jetzt, man konnte es ja nicht absehen. Und ich fand es auch merkwürdig, muss ich sagen. Dieses, dass es nicht so krass war, dass ein Großteil der Zuschauer sich so schnell dran gewöhnen, hätte ich nicht gedacht. Ich fand es auch merkwürdig. Von den Stehenplätzen kam es ja wie gewohnt, aber du hast ja da nicht diesen Übertrag gehabt, dass du dieses komplett Kranke hattest, was du gegen Chelsea und was weiß ich, gegen Lissabon und so alles hattest. Vielleicht ist das so ein bisschen noch dieser, trotzdem noch ein Restkater vom letzten Jahr. Ich weiß es gar nicht genau. Ich konnte es bei mir, ja, ich konnte es bei mir nur in Teilen beobachten, dass ich so nicht mehr diese ganz krasse Anspannung vorher hatte. Das lag aber bei mir eher daran, dass ich noch so ein bisschen sauer wegen Augsburg war. Also dieses, oh nee, ich habe keinen Bock, dass wieder die alte Eintracht auftaucht. Im Laufe des Spiels gegen Arsenal war es dann halt so, dass die Eintracht dann Pech hatte. Also da war ich dann nicht so auf die Eintracht, sondern da war ich einfach so auf das Spielglück, will ich es mal sagen. Aber ansonsten finde ich keine Erklärung, muss ich sagen, weil Marvin hat es schon gesagt, das kann nicht nur im letzten Jahr liegen, weil gegen Straßburg war es ja mindestens genauso geil wie bei den anderen Spielen. Auch gegen Tallinn und Vaduz war es ja auch, zwar anders, aber auch geil. Gegen Arsenal dann, man weiß es nicht, vielleicht ist Arsenal dann, der einzige Erklärungsansatz, den ich im Halbquellenprinzip finde, ist vielleicht, dass Arsenal dann halt so attraktiv war, dass da ganz, ganz viele Leute sich Karten besorgt haben, die sonst nicht im Stadion sind. Das weiß ich aber nicht, also das Einzige. Ich weiß es auch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach irgendwie Arsenal zum falschen Zeitpunkt kam tatsächlich. Also Arsenal hätte ich ganz gern zu Hause auch noch, ich habe in der Zeit gesehen, in der wir uns mehr eingespielt hätten. Also du merkst es nicht. Wo es auch direkt schon dunkel ist. Ja, genau, genau. Und es war noch irgendwie hell. Es war einfach, es hat an dem Abend einfach nicht gepasst, muss man sagen. Und das beschreibt ja sogar auch das Spiel der Eintracht ganz gut, denn die Eintracht hat ja, weiß Gott, wirklich nicht schlecht gespielt. Also da war es ja de facto einfach. Genau, man muss auch zur Stimmung noch sagen, bevor wir es vergessen, die Stimmung war auch nicht grottenschlecht. Nein, die war trotzdem besser als... Die Stimmung und das Spiel der Eintracht waren echt gleich. Also es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass du... Irgendwas hat gefehlt. Irgendwas hat gefehlt, tatsächlich. Und ich glaube, damit muss man es auch fast bewenden lassen. Wenn ich jetzt in Retrospektive mir das Spiel nochmal vor Augen führe, dann muss ich sagen, ja whatever. Also ich meine, ja, 300 verloren, es ist aber halt nichts verloren. Das ist jetzt halt der Anfang der Gruppenphase. Während letztes Jahr, muss man halt auch sagen, ein bisschen mehr Glück tatsächlich. Natürlich war es auch Pech, dass die Leute nicht nach Marseille konnten, aber das erste Spiel war ja ein Auswärtsspiel. Und dann hast du schon einen Sieg gelandet gegen Marseille und das erste Heimspiel, da bist du natürlich mit einem ganz anderen Feuer an die Sache gegangen. So war jetzt eine andere Herangehensweise. Also, naja, aber wir haben ja noch ein Rückspiel, dann in London, mal gucken, wie die Stimmung dann ist. Was mir neben der fehlenden Effizienz aufgefallen ist, über die wir vielleicht gleich nochmal reden können, war, dass ich fand, oder was mich gestört hat, sagen wir es mal so rum, nicht was mir aufgefallen ist, sondern was mich gestört hat, war, dass Hinteregger sehr, sehr weit vorne immer wieder in den Aktionen war und wir damit hinten Lücken hatten. Das ist mir auch dann im Spiel gegen Dortmund nochmal aufgefallen. Das fand ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, merkwürdig ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber es hat bei mir zu so einem gewissen Unwohlsein geführt, weil wir damit halt immer wieder hinten diese riesen Lücken auf der linken Seite hatten. Und das ist mir jetzt vermehrt in den beiden Spielen aufgefallen und davor auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach dran liegt, dass jetzt dieser Glanz des Martin Hinteregger so ein bisschen weg ist und man jetzt wieder so dieser ganze Hype rum ist, falls man das so nennen will, aber ich fand das so ein bisschen, ja, vielleicht liegt es auch an dieser Unangespieltheit. Nee, das liegt aber nicht an Hinteregger. Also Hinteregger ist derjenige, den würde ich in den letzten Wochen von fast allen freisprechen, denn klar hat er ein paar Wackele immer drin, die hat er aber auch vorher schon in der Halbphase drin gehabt. Das liegt einfach daran, was wir gegen Augsburg schon besprochen haben. Die Eintracht probiert teilweise tatsächlich, äh, Dominante aufzutreten, was gewisse Risiken mit sich birgt und ohne jetzt großartig zu spoilern, wenn wir gleich über Dortmund reden, wird das glaube ich nicht nur Hütter so wie du gesehen haben, sondern, äh, alle und die Mannschaft auch und das hat man ja dann gesehen, dass dann ein anderer Ansatz gewählt wurde gegen Dortmund. Gegen Arsenal war es noch nicht so. Ich fand es tatsächlich gut, muss ich sagen. Ja. Weil wie die Eintracht gegen Arsenal aufgetreten ist, muss, kann man es genau so machen. Einfach zu sagen, ey, das ist zwar Arsenal, aber wir sind die Eintracht, wir haben uns letztes Jahr auch eine Reputation in Europa gespielt, wir treten jetzt hier auch wie eine Heimannschaft und normalerweise mit ein bisschen mehr Glück führt die Eintracht doch 1-2-0. Also, ich finde gar nicht, dass man diesen Spielverlauf nur an der Taktik festmachen kann oder an einzelnen Spielern, an irgendwie, an Einzelkritik von Spielern, sondern das ist halt, guck dir das 1-0 an, wie, was ein merkwürdiges Tor das war. Klar gehen da Fehler voraus, aber die sind meistens immer drin. Und ich finde einfach, dass man das Arsenal-Spiel, wie Marvin es gesagt hat, das ist einfach so ein merkwürdiger Tag gewesen. Ich glaube aber, dass Hütter dieselben Schlüsse gezogen hat wie du, René, dass das vielleicht noch ein Entwicklungsschritt zu früh ist und man so ein bisschen wieder sich einladen muss. Ähnliche Beobachtung hatten wir letzte Saison auch, dass da ziemlich schnell die Taktik angepasst wurde, als Hütter gemerkt hat, okay, ohne Hasebe geht's nicht. Jetzt merkt er, okay, wenn wir so hoch stehen, geht's vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir werden das aber trotzdem weiter sehen. Ich hoffe, ohne wieder den nächsten Spoiler reinzubauen, dass wir das in Berlin so sehen, weil das ist ein Gegner, mit dem solltest du das auch machen. Gegen Arsel vielleicht nicht, kann ich dich schon verstehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das an den Hinteräger liegen, muss ich sagen. Mir war es nur aufgefallen, weil er halt wirklich, es gab gegen den, beim Arsenal-Spiel und auch beim Dortmund-Spiel so ein, zwei Szenen, wo er wirklich mit dem Ball dann quasi bis in den Gegner schon 16er gelaufen ist und dann ist hinten halt auf einmal so eine große Lücke. Und gerade in so einem Spiel wie Arsenal, wo du die schnellen Außenspieler hast und dann Aubameyang, ist das halt dann tödlich, wenn du so Riesenlücken da hinten drin hast. Aber sowas hast du halt immer mal, wenn im Mittelfeld nichts geht. Also ich meine, der Egger ist wenigstens einer derjenigen, die es mal probieren. Und ich finde es auch teilweise ganz gut, so lange Runs, die krönt da halt wenig, also viel zu selten. Aber im Grunde ist das jetzt für mich halt auch kein Problem. Also sowas muss halt nur gut gedeckt werden. Und wenn du da im defensiven Mittelfeld, das muss man ja sagen, da waren ja auch ein paar Dinge dabei, die nicht gut liefen. Ich meine, auch im Detail, wir haben jetzt das Spiel gegen Arsenal, haben wir ja jetzt zum Beispiel auch beim Fußball 2000 nochmal kurz angesprochen, wo uns auch viele Dinge aufgefallen sind, die uns halt nicht so gefallen haben. Aber ich glaube, gerade so diese Hinterecke, dieses Abwehrkonstrukt muss ich halt einfach noch ein Stück weit finden. Und auch gegen Arsenal war auch Abraham erneut nicht wunderbar. Und das hat sich ja jetzt auch darin manifestiert, dass er jetzt gegen Dortmund nicht gespielt hat. Natürlich war es auch eine Rotation, die da zugrunde lag. Aber im Grunde ist es halt einfach so, das muss sich alles noch ein bisschen einspielen. Aber dann verlierst du halt gegen Arsenal 3-0. Also ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, was wir theoretisch noch viel länger über Arsenal sprechen sollen. Das ist jetzt auch schon fast wieder eine Woche. Bist du korrekt? Und im Endeffekt ist alles gesagt. Das ist so halt gegen einen Top-Gegner, der dummerweise auch gar nicht so geil war. Nee. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das Ergebnis war am Ende zu hoch eigentlich für das, was das Spiel geboten hat. Genau. Also Armin fand ich erschreckend schwach, muss ich sagen. Ja, genau, das ist es halt. Ich meine, im Endeffekt konnten wir... ...ja saulang mithalten. Ne, tatsächlich. Oder? Also, kann man schon so sagen. Ja, fand ich auch. Ja, ja. Sie waren halt effektiver, was ihre Torchancen anging. Ja, ich meine, wir haben insgesamt 24 Torschüsse abgeliefert und davon ist keiner drin gelandet. Also wir haben gegeben 24 Torschüsse. Gegen Arsenal. Also das musst du halt schon auch erstmal bringen. Und da waren jetzt ja nicht nur irgendwie Schüsse aus 25, 30 Metern dabei, sondern da waren halt auch schon welche aus dem gegnerischen Strafraum. Und trotzdem kriegst du nicht ein Ding da über die Linie. Das ist ja eigentlich so mit das Erschreckende dabei. Das ist das Einzige. Ich glaube, mehr kannst du auch dir leider... Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die haben trotzdem die Euroli gewonnen letztes Jahr. Da spielen jetzt auch nicht nur Krampen. Selbst wenn die nicht mit der AF aufgetreten sind, sind da trotzdem noch gut Kicker dabei. Hast du ja auch gesehen. Und wenn dann halt nicht so wie letztes Jahr alles auf einmal kommt, auch glücksmäßig und von der Energie und von der Elektrizität, dann kann das auch so ausgehen. Wir wussten das ja. Vorher haben wir auch vor der Vorbesprechung zu dem Spiel auch gesagt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass wir jetzt Arsenal und Dortmund wegballern. Wenn es dann aber so passiert, frustriert das einen trotzdem. Aber es wäre ja auch merkwürdig, wenn nicht. Es wäre ja merkwürdig, wenn wir aus dem Stadion rausgehen würden. Ja, das war klar. Weil du hast ja trotzdem diese Chancen. Es ist halt Fußball, deswegen gehst du hin, du ärgerst dich. Manche Sachen kann man erklären. Und natürlich ist es auch so, dass gerade Spieler wie, ja, wie soll ich sagen, die letztes Jahr, ohne jetzt einfach einen Namen zu nennen, aber die letztes Jahr auf einem gewissen Niveau gespielt haben, die sind noch nicht auf dem Niveau. Und da kommen halt neue hinzu. Und dann kannst du das halt auch nicht reproduzieren. Wir haben es jetzt, Marvin hat es schon bei Fußball 2000 angesprochen, wir haben auch gesagt, du musst halt auch, und wir haben es auch hier auch gesagt, man muss weg von dieser Kurzfristigkeit. Ich würde mir, weil hören wir uns mal einfach mal Sendungen an, liebe Grüße an der Eintracht Podcast Classics Account, hören wir uns Sendungen aus dem letzten Jahr von der Zeit an, zum Beispiel nach dem Gladbach-Spiel letztes Jahr. Da wurde dann auch gesagt, und ich glaube sogar Phil Hoffenheim hat gesagt, ich weiß nicht, wer bei uns die Tore schießen soll. Und wir haben ja auch gesagt, oh, und das reicht nicht hier und das reicht nicht da und der. Und überlegt euch, was dann kam. Natürlich heißt das nicht, dass das jetzt dieses Jahr auch kommen muss. Nur sollten wir ein bisschen die Geduld bewahren. Und also den Teufel an die Wand malen musst du nicht, wenn du gegen Arsenal zu Hause als Adra Frankfurt verlierst, mit diesen Umständen, in denen man sich befindet. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und Dost hat ja, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt, dass er auch komplett noch nicht fit ist. Ist alles nicht sehr glücklich, habt mir aber auch schon ausführlich besprochen, dass diese komplette Kaderplanung alles so ein bisschen nach hinten gezogen war. Wahrscheinlich auch aus verhandlungstaktischen Gründen. Jetzt müssen wir halt den Dings schlucken. Es ist jetzt bald auch wieder Länderspielpause. Da sollte zumindest mal dann irgendwie alles beisammen sein. Und dann können wir anfangen, so die nächsten 5, 6, 7, 8 Spiele. Und wenn mal die Hinrunde von der Gruppenphase vorbei ist, dann kann man, glaube ich, anfangen wirklich zu sagen, okay, das ist eine Bewertung, die ist valide und die hat genug Stichproben. Alles, was wir jetzt machen, fühlt sich immer so ein bisschen halbger an, weil wir dann irgendwie anhand einer Szene, eines Spiele... Da hat es den Basti weggebröselt. Warum auch immer. Bestimmt ein Update gefahren. So, mal gucken, dass es wieder funktioniert. Mal gucken, meldet er sich? Ah, hier wird er noch angezeigt. Das ist live, meine Damen und Herren. Erleben Sie mit, ob Basti vielleicht heute noch mal wieder zu uns dazukommt? Ei, ei, ei. Nee, aber ich will den Gedanken noch mal von ihm aufnehmen. Kann ich ja im Endeffekt auch. Das ist halt ein guter Punkt. Also ich meine, wir haben ja, wie gesagt, in der letzten Zeit ja schon öfter darüber gesprochen. Und auch trotzdem fallen wir immer wieder die, ja, wir tappen wieder in die Falle und das ist ja vollkommen verständlich. Aber gerade so dieses kurzfristige Denken bringt uns halt auch nicht wirklich weit. Das ist halt auch so. Und da zählt auch genau das, was immer mal wieder auch selbst ein Bruchhagen gesagt hat, dass zu kurzfristiges Denken an sich weiterbringt. Und das wäre so eine realistische Bewertung. Ich glaube, der hat, glaube ich, sogar ein Jahr genannt. Wenn wir sagen, wir machen ein halbes Jahr draus oder ein Dreivierteljahr, dann ist das immer noch recht kurz. Aber erst danach kannst du wirklich, weißt du wirklich, was das alles bringt. Und ich denke, da muss man die Mannschaft auch zusammenarbeiten lassen. Was ich positiv sehe und sehe ich jetzt trotz des 3-0 gegen Arsenal oder wenn wir gleich auf das ganz aktuelle Spiel kommen, dass die trotzdem zusammen funktionieren. Also dass die Abstimmung zwar noch nicht hundertprozentig klappt, aber dass der Spirit, glaube ich, im Team ganz gut da ist. Also da passiert jetzt nichts von wegen. Da ist jetzt keiner sauer, ist jetzt keiner abgefuckt oder so. Die sind meistens irgendwie nur sauer auf sich selber, wenn irgendeine Aktion nicht klappt. Aber ich habe da noch ein recht gutes Gefühl. Und das sieht man ja dann auch in dem Ergebnis, was sich dann bei Gene BVB manifestiert hat. Basti ist wieder da, wenn alles gut geht. Hallo? Ja, hi. Ich habe mich einfach rausgeschmissen oder was? Ja, das ist, weil du so impulsiv bist manchmal. Okay. Das ist die audiovisuelle, ne, die audiodingsige stille Treppe oder wie man immer das nennen will. Ah, okay. Na gut, schön, dass du wieder da bist. Ich habe deinen Gedankengang fertig gestellt. Vielen Dank. Ich habe hundertprozentiges Vertrauen, dass du das genauso gemacht hast, wie ich das mir dachte. Ja, immer. Also insofern, lasst uns wirklich davon wegkommen, auch wenn wir selber wieder immer wieder versuchen, in diese Falle zu tappen. Aber diese Mannschaft braucht diese Zeit. Und ich glaube, gerade mit den letzten Ergebnissen, also mit dem Ergebnis gegen Dortmund, das kann so ein bisschen ein Weckruf gewesen sein. Wir können ja mal, wie gesagt, darüber sprechen. Also für mich persönlich ist Arsenal jetzt erst mal abgehakt. Sehr gut. Dann wäre jetzt die Frage, ist für dich auch das abgehakt, was am Rande des Arsenal-Spiels passiert ist? Nämlich es gab ein Statement von der Fangemeinschaft der Frankfurter Eintracht zu der Personalie Andi Möller als Verantwortlicher für das Nachwuchsleistungszentrum, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, das ist richtig. Ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich ein interessantes Statement gewesen, muss ich jetzt ein Stück weit sagen. Ich tue mir mit der ganzen Sache ein bisschen schwer. Auf der einen Seite, ich glaube, wir müssen es ja versuchen, einigermaßen sachlich an die Sache heranzugehen. Auf der einen Seite ist es so gefühlt niemand, der jetzt unfassbar viel Jugendarbeit gemacht hat. Also wenn wir jetzt rein rational, wenn wir diese ganze Emotionalität erst mal wegnehmen und uns fragen, wäre er der Richtige für den Job? Da muss ich sagen, ja, von der Jugendarbeit her, da habe ich ihn ja bislang noch nicht gesehen. Andererseits muss man halt auch dazu sagen, es gibt immer Pro und Contra. Da hatte ich zum Beispiel Stefan Kunz auch noch nicht gesehen. Stefan Kunz hat es aber geschafft, U21-Trainer zu werden und macht da einen absolut herausragenden Job aktuell. Also das heißt, auch das war so ein bisschen ein merkwürdiger Werdegang. Ansonsten muss man bei Andi Möller sagen, rein von dem, was er gemacht hat als Spieler, ich glaube, ist er eigentlich, auch wenn er sehr umstritten war, aber sehr unbestritten einer der besten Frankfurter Fußballspieler, die es jemals gab. Ich denke, das kann man schon so sagen. Also er hat schon einmaliges Talent gehabt. Aber in seiner beruflichen Laufbahn, dann neben dem Platz, naja, da hat er eher mäßigen Erfolg bei Kickers Offenbach gehabt und bei Aschaffenburg, daran kann ich mich kaum noch wirklich erinnern. Und in Ungarn, da war er Co-Trainer. Wie gesagt, da war er Co-Trainer. Also so viel Erfolg ist da halt nicht zu sehen. Boah, ich muss sagen, ich bin bei der Personalie sehr, sehr befangen. Weil ich bin, Andreas Möller war tatsächlich mein erster großer Fußballheld über Jahre hinweg. selbst als damals sich schon andeutete, dass er neben dem Platz nicht der Loyalste ist, würde ich es mal nett formulieren. Also es hat er damals irgendwie in der Eintracht hat er Versprechungen gemacht, dann war er in Dortmund, dann hat er in Dortmund sich vor die Südtribüne gestellt, er hat gesagt, ich bleibe. Dann ist er direkt nach Juventus gewechselt. Das ist irgendwann nochmal zu Schalke. Also der hat das ja auch immer gebraucht. Der kam sogar nochmal zurück zu Eintracht. Also der persönliche Ebene hat er schon merkwürdige Entscheidungen getroffen. Ja. Ich bin halt trotzdem in dieser Verklärtheit, die man als Heranwachsener hat, die ist bei mir trotzdem noch nicht komplett raus. Ich feiere den als Spieler immer noch krass. Das ist für mich der beste deutsche Spieler. Das war mein erster Lieblingsspieler, auch wie gesagt noch lange, lange Zeit. Aber Marvin hat es ja schon angesprochen, das hat er jetzt mit der aktuellen Diskussion schon mal gar nichts zu tun. Also in diese Andreas-Möller-Hurensohn-Dings würde ich nicht einstimmen wollen. Allein aus Respekt vor der Vergangenheit bin ich jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ah geil, Möller muss das machen, weil ich ihn als Funktionär jetzt nicht auf Top-Level sehe. Bin aber auch nicht derjenige, der das am allerbesten bewerten kann. Also ich muss sagen, ich könnte jetzt niemandem sagen, ey, der darf auf gar keinen Fall kommen, weil ich gehe ja davon aus, dass die Leute, die ihn verpflichten wollen, sich Gedanken gemacht haben, warum er einer sein könnte, der das kann. Die Gründe sind mir jetzt noch verborgen, ich kann aber nicht bestreiten, dass es die nicht gibt. Also vielleicht hat er ein großes Telefonbuch. Vielleicht, ja, ist die Aufgabe auch nicht so schwer, wie wir denken, weil die wirkliche Arbeit von Jugendtrainern gemacht wird. Also musst du davon ja auch nicht vergessen, wenn du so jemand bist, der Sachen delegiert, bist du ja trotzdem nicht derjenige, der jetzt nachweisen muss, dass er komplett, ja, die Ahnung vom Trainerberuf hat. Vielleicht ist es einfach das, was Marvin gesagt hat, die Verschiedenartigkeiten seiner Aufgaben. Vielleicht ist das sein Anforderungsprofil, dass er sich in jeden Mitarbeiter, der ihm untersteht, reinversetzen kann und dadurch wertvoll sein kann. Es kann ja sein, dass er von, dass er nichts richtig kann, aber dafür viele Sachen. Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist das dann der Punkt, den die Eintracht da sieht. Ich weiß es aber nicht. Da bin ich sehr, ehrlich gesagt, bin ich auch komplett überrascht worden von dieser Personalie. Also das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, als es hieß, ja, wir brauchen jetzt einen neuen Johnny da. Stimme ich vollkommen zu. Das ist nämlich genau der Punkt. Also ich meine, es war klar, dass dieser Schritt irgendwann kommt, weil Pizzajuli ja jetzt A-Trainer ist, also A-19, U-19 meine ich, und Graz jetzt herauskomplimentiert wurde in den amerikanischen Bereich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, dass er jetzt dort halt Aufgaben betreut und dann ist natürlich klar, dass diese Personalie frei wird. Dass Andi Möller aber jetzt natürlich das bekleiden soll, klingt auf dem ersten, im ersten Moment merkwürdig. Wie gesagt, ich habe eben schon über seine Kompetenzen gesprochen. Aus emotionaler Sicht kann ich natürlich auf jeden Fall nachvollziehen, dass die Eintracht-Fans das nicht so gut finden. Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass er diese Aussagen getätigt hat vor dem Pokalspiel, dass die Eintracht ihm irgendwie nichts bedeutet und dass er dementsprechend zum BVB hält. Das sind natürlich de facto absolut beschissene Aussagen, wo ich mir auch die Frage stelle, was ist eigentlich mit dir los? Hast du mal ein paar Jahre einfach mal geguckt, zurückgeguckt, wo du gespielt hast? Also keine Ahnung, bei allem Respekt. Und ich meine, er ist ja damals auch noch in einer ganz, ganz merkwürdigen, ja, strangen Situation wieder zurückgekommen zur Eintracht vom FC Schalke. Also dann, ja, werden wir jetzt keine Heilsbringer nochmal zur Eintracht gewechselt. Das hat auch alles nicht so funktioniert. Aber da gehe ich dann schon ein bisschen davon aus, dass eine gewisse Bindung einfach da ist. Keine Ahnung, inwiefern das irgendwie, ja, inwiefern das sich irgendwie ausgestaltet. Aber ich muss halt sagen, auf der anderen Seite, wenn wir diesen Aspekt ausblenden, gehe ich halt eigentlich schon davon aus, dass ein Bobic sich da schon Gedanken gemacht hat und irgendwie jemanden da hinsetzt, von dem er genau weiß, dass es der Richtige ist. So, das ist halt so mein Gefühl tatsächlich. Ja, also mit all der Erfahrung, die wir ja da in der Vergangenheit jetzt in den letzten Spielen gemacht haben, müsste man ja eigentlich schon sagen, dass, wie du schon gesagt hast, die Verantwortlichen sich da sehr genau überlegt haben, wen sie da hinholen und aus welchem Grund. Dass die Fans da natürlich jetzt nicht begeistert sind von der Personalie, ist aber eigentlich auch irgendwie zu erwarten. Und dann stellt sich mir halt so ein bisschen die Frage, okay, gibt es jetzt keinen Kandidaten für diesen Posten, der beides irgendwie vereint. Auf der einen Seite die Erwartungen zu erfüllen, die aus sportlicher Sicht an ihn gestellt werden und auf der anderen Seite auch von den Fans irgendwie akzeptiert werden. Und das finde ich halt an der Stelle so ein bisschen komisch. Ja, hört ihr mich wieder? Ja. Ich muss sagen, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil auf den ersten Blick, muss man sagen, reichen meiner Meinung nach, also meiner subjektiven Meinung nach, reichen die Qualitäten von Möller nicht aus, um das andere zu vergessen, weil ich finde trotzdem, dass Fans da einen validen Punkt haben, zu sagen, derjenige, wie ich es schon beschrieben habe, der ist schon ganz früh in seiner Karriere nicht durch Loyalität aufgefallen. Der hat auch vom Pokalfinale gegen Dortmund, war das glaube ich, was er da hatte, da hat er das eben schon angesprochen. Das hatten wir gerade eben schon, das Statement, was er da gebracht hat. Ganz ehrlich, da braucht er sich ja nicht wundern, dass die Fans nicht mit offenen Armen empfangen. Zumal er die Nummer ja nicht irgendwie einmal gebracht hat, sondern er hat sie ja mehrmals gebracht in der Historie bei der Eintracht mit diesen Aussagen von wegen, ich bleibe und gehe dann doch und hier diese Geschichte mit irgendwie Juve, mit diesem Vertrag, weil irgendwie die Kohle nicht da war oder vielleicht doch. Und wenn du so jemanden dann da hinsetzt auf ein Amt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht in diesem Trainingsalltag irgendwie da ist, aber er schon irgendwie einen prägenden Einfluss auf die Nachwuchsspiele hat und unter anderem denen halt vielleicht auch so Dinge wie Loyalität vermitteln sollte oder als Vorbildfunktion da irgendwie oben drüber sitzt, dann so jemand mit so einer Historie, also er muss sich schon gute Gründe für geben. So, aber wir sollten jetzt auch die andere Seite nicht vergessen zu sagen, okay, das sind vielleicht unbedachte Aussagen, aber trotzdem, wenn er im Gespräch glaubhaft vermittelt hat, dass er Bock auf die Aufgabe hat und dass er einsieht, dass das scheiße war, dann müssen die Verantwortlichen tatsächlich trotzdem, glaube ich, ignorieren, was die Fans davon denken, wenn sie anders als ich die Qualitäten sehen, die ihn perfekt für diesen Job machen. Also so können die Verantwortlichen auch nicht denken. Die können nicht sagen, die Fans wollen den nicht, dann können wir den nicht holen, wenn die denken, das ist der ideale Mann. Sie müssen ja Gründe haben, wenn sie die haben, sollen sie es machen, wenn sie die nicht haben, muss ich sagen, ist der Kicker trotzdem diese umstrittene Persönlichkeit, weil trotzdem ist das ein Bereich, von dem sollte man trotzdem nicht allzu viel mitkriegen. Also da sollen Fachleute arbeiten, am besten deren Namen du überhaupt gar nicht kennst, weil die einen riesen Job machen und die irgendwie Spieler produzieren und dir irgendeine Alternativen bieten, wie in Freiburg zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass einer von uns weiß, wie der Nachwuchskoordinator in Freiburg heißt. Nee, kein Fall. Danke. Und die Sache ist, das ist, Bohai um eine Personale, das ist eigentlich nicht nötig. Und dadurch, dass es so viel Bohai gibt, wäre der einzige Argument, was ich gelten lassen würde, okay, die Qualitäten und das Netzwerk und die Arbeitsweise und die Gespräche mit Möller waren so gut, dass man das ignorieren muss, weil man muss auch sagen, die Fans dürfen trotzdem die Feindspolitik nicht dem bestimmen, dass man sagt, okay, wenn die Fans hier nicht wollen, nehmen wir die nicht, sondern dann müssen wir das halt durchziehen. Aber da vertraue ich auch Deintra, weil das haben die mit Bobic auch gemacht. Bei dem war ich noch skeptischer, muss ich sagen. Also Fredi Bobic, wie der sich in Stuttgart aufgeführt hat und da in Ungarn rumgehampelt ist, der hat auch gelernt. Und wenn Andreas Möller das auf einem kleinen Niveau auch macht, dann bin ich der Letzte, der sagt Andreas Möller auch ab. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr, sehr schwierige Personalie, wo man ganz, ganz viele Seiten betrachten muss und ich habe da tatsächlich noch keine abschließende Meinung zu. Die spannende Frage ist natürlich auch, wenn du sagst, okay, aus fachlich-sportlicher Sicht macht halt eben eine Besetzung des Postens durch Andreas Möller halt einfach immens viel Sinn. Dann ist halt die nächste spannende Frage, wie du das Ganze dann in der Kommunikation mit den Fans begleitest. Ich meine, das hat Fischer ja in der Vergangenheit auch schon mal getan, als wir diese Rückholaktion waren. War das 2003, 2004? Wo er ja auch vorher mit den Fans gesprochen hat, also irgendwas in der Richtung musst du ja dann einfach auch wieder tun, weil ansonsten wird ja das Ding halt einfach gewaltig um die Ohren fliegen. Ja, eine Frage habe ich an euch. Ja. Gibt es überhaupt schon offizielle Statements von Eintracht selber? Nein. Nein, das wollte ich jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade darauf mal zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch, also, ich bin auf die Genese, ist natürlich auch eine lustige Angelegenheit. Zuerst hat die Bild-Zeitung vor elf Tagen davor berichtet, also das war die erste Quelle im Grunde. Und da ging es dann rund und dann hat der Sport.de ist darauf angesprungen, dann natürlich so seriöse Quellen wie Tag 24, keine Größe, 90 Minuten, dann war irgendwann auch der Tee Online dabei, also dann die ganze, und dann irgendwie dann ein bisschen später dann auch die andere Fußball-Bubble, mit Sport 1, Sport Bazaar und dann Frankfurter Rundschau. So, das ist natürlich lustig, weil im Endeffekt basiert alles auf einer Meldung bei der Bild. Ich kann die nicht nochmal nachvollziehen, weil ich auf gar keinen Fall Bock habe, irgendwie Geld dafür auszugeben, ja, also Bild plus Abo, also ich kann auch mein Geld einfach aus dem Fenster werfen, dann wäre es besser angelegt. Also insofern ist das der Fall, aber es kommt ursprünglich von der Bild und danach kam auch nichts mehr. Das heißt, es gab nur noch Berichte, die sich irgendwie darauf beziehen, wo dann auch teilweise schon relativ konkret gesagt wurde, an die Möller vor Rückkehr. Aber selbst die neueste Nachricht ist, glaube ich, jetzt acht Tage her. Wir haben deutliches Statement der Eintracht-Fans gehört und das finde ich übrigens auch ihr gutes Recht, also Basti hat ja gerade gesagt, ja, die können nicht das vereinzelt eben diktieren, das ist vollkommen richtig, aber auf der anderen Seite ist es auch gut und richtig, ihren Protest, wenn sie denken, dass er passt, auch klar zu, ja, wie soll ich sagen, zu betonen, ja, aber trotzdem, Fakt ist, danach hast du nichts mehr gehört. Ich würde fast sagen, dass die ganze Angelegenheit mal so ein bisschen angetestet wurde. Ich glaube, es gibt vielleicht die eine oder andere Quelle mit der Bildung, wo die Eintracht dann doch noch zusammensteckt und mal guckt, okay, wir testen mal den Namen Möller, wie verbrannt ist er und wenn wir dann merken, okay, es gibt ein großes Echo, dann nehmen wir Abstand davon, weil das sind jetzt ein, zwei Kandidaten, die wir haben. Und ich glaube, das ist alles so, das sind so lancierte Situationen, bei denen einfach mal geschaut wird, wie es läuft, ist der Name vermittelbar, ist er nicht vermittelbar, wenn nicht, dann nehmen wir halt den anderen, wenn er besser angekommen wäre, wenn es nicht so eine Eskalation gegeben hätte, ist ja jetzt keine Eskalation, aber wenn es nicht so krass gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich intensiver darüber nachgedacht. So gehe ich davon aus, dass ein ganz Unbekannter in diesem Bereich tätig wird, tatsächlich, oder der andere. Ich denke auch, dass man da sich darüber Gedanken machen soll, wenn es tatsächlich spruchreif ist und man wirklich validere Quellen hat. Im Moment haben wirkt er das eher so, als wenn das alles so sich verselbstständigt hat und die, ja wie Marvin sagt, die Ultras halt ein Statement aus ihrer Sicht ausgegeben hat und ganz ehrlich, aus Sicht der organisierten Fanszene, wenn ich das jetzt mal sagen kann, ich das auch komplett verstehen. Also was sollen die denken, das gab damals schon Proteste, wo auch Irene gesagt hat, da wurden Leute beruhigt und dann ging es um eine sportliche Sache, bla bla bla. Aber da muss man halt gucken und das kann man dann alles regeln. Wie gesagt, wenn das ein Wackelkandidat ist, weiß ich nicht, ob ich den, nicht mal wegen den Fans, sondern ich würde ihn alleine wegen, ja wegen dieser, dieser streitbaren Persönlichkeit nicht nehmen. Also das, warum soll ich mir Unruhe aus den Bereichen, die mit dem Sportlichen gar nichts zu tun hat, warum soll ich mir die in den Jugendbereich reinholen? Weil es ist ja jetzt nicht nur, dass die Fans ihn ablehnen, sondern, wir haben es ja schon gesagt, an einer Stelle, Möller ist ja trotzdem auch so einer, da hätte ich dann zum Beispiel Schiss, dass dann plötzlich irgendwelche Sachen wieder bei der Bildzeitung landen. Das ist so für mich trotzdem ein bisschen drüber, aber fast Kategorie Thomas Berthold mäßig so. Ja, genau. Hat nicht viel gerissen, würde jetzt eine Chance kriegen, polarisiert aber. Und dann hast du diese Polarisierung, die ist unnötig eigentlich, meiner Meinung nach. Für einen Bereich, wo du tatsächlich einfach einen Strategen brauchst, der das ganz ruhig macht. hat nochmal gesagt, wenn Möller das leisten kann und wenn die Verantwortlichen davon überzeugt sind, dann müssen wir ihm trotzdem die Chance geben. Aber wie Marvin sagt, Zweifel darf man immer noch äußern. Ja, und das ist auch richtig und richtig so. Und ich bin gespannt, ob es die Eintritt schafft, diese auszuräumen. Denn es ist ein spannender Personalie. Ehrlich gesagt, auf dieser Position auch total kam das unvermittelt. Aber wie gesagt, es gab auch, ich kann Stefan Kunz immer nur wieder heranziehen, das hat mich damals auch sehr irritiert, dass der U21-Trainer wird und nach allem, was ich höre, macht er einen extrem guten Job und man sieht es ja auch an den Ergebnissen. Ja, das ist richtig. Dann schauen wir mal, was sich da noch tut und wann es ein offizielles Statement der Eintracht gibt oder beziehungsweise wann tatsächlich bekannt gegeben wird, wer dann diesen Posten begleiten wird. Dann werden wir das Thema nochmal neu aufnehmen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Da können wir von ausgehen. Genau. So, dran geblieben ist die Eintracht auch an Dortmund in dem Spiel am vergangenen Sonntag. Zweimal lag die Eintracht zurück. Zweimal ist sie wieder zurückgekommen und hat am Ende ein 2 zu 2 über die Bühne gebracht. Auch das bei Aufeinandertreffen gegen Dortmund nicht das erste Mal. Ich erinnere mich noch an ein Spiel vor ein paar Jahren. Da lagen wir, glaube ich, irgendwie 3 zu 0 zwischenzeitlich zurück und haben nachher das 3 zu 3 gemacht. Also, das Ausgleich bei vielen Toren in Spielen gegen Dortmund ist hier bekannt. Mir hat es den Tippschein zerschossen, weil ich hatte natürlich auf einen Sieg der Eintracht getippt. Aber gut, das habe ich dann am Ende doch irgendwie gerne in Kauf genommen. Was war so euer Eindruck von dem Spiel? Hütter hat ja umgestellt, ein bisschen mehr im Mittelfeld getan. So auf der 10, wo er, glaube ich, auch so ein bisschen besser funktioniert hat als auf dieser 6er-8er-Position, oder? Das Lustige ist, Marvin und ich hatten von der ersten Halbzeit zumindest komplett zwei verschiedene Eintrache. Das war lustig. Marvin und ich waren zwar im selben Block, aber wir waren ein bisschen weiter auseinander und haben uns dann in der Halbzeit getroffen. Marvin war zufrieden, ich war schockiert. Kann vielleicht daran liegen, dass ich neben den depressivsten Bären der Welt saß. Christian Lossner, liebe Grüße. Das muss man schon sagen, ja. Und hat mich ein bisschen beeinflussen lassen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass die erste Halbzeit kacke war. Also, das war sehr, sehr glücklich, die erste Halbzeit. Also, dieses Spiel musst du komplett in zwei Hälften bewerten. Ja. Die erste Halbzeit fand ich erschreckend luftleer. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass das passiert, was wir gegen Arsel besprochen hatten. Also, dieses Spiel schläft ein, dadurch schlafen die Ränge ein. Der Gegner ist stärker als du, die individuelle Klasse setzt sich durch, auch wenn der nicht Vollgas gibt. Und so sah es ja am Anfang dann auch aus. Und dann kam aus dem Nichts, in Anführungszeichen, kam dieses geile Tor, wo wirklich Touré, dein angesprochener Sow und dann Silber, der Verwerter war, die daran beteiligt waren, was mich für jeden Einzelnen tatsächlich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass du hast gesagt, dass Sow auf einer 10 gespielt hat. Für mich sah es eher so aus, als hätten Sow und Core auf der 8 gespielt. Und das hat mir gar nicht gepasst. Dass Sow, also Fernandes, war allein auf der 6 und Core und Sow waren auf einer Linie. Das hat nämlich dazu geführt, dass Sow immer ein bisschen weiter rechts außen stand. Ja. Das Loch in der Mitte war komplett leer, weil Core das nicht ausfüllen kann. Und bei Core ist es tatsächlich so, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, den ich defensiv so geil fand, während ich ihn offensiv so scheiße fand. Also das ist Wahnsinn, also das ist wirklich ein Spieler, an dem kann ich mich tatsächlich sehr, sehr gut reiben. Weil defensiv von der Einstellung ist der mega geil. aber sobald der einen Ball hat, habe ich irgendwie das Gefühl, dem Fall nicht die richtigen Sachen. Er hat für mich gefühlt eine Fehlpassquote von 60, 70 Prozent gehabt, hat aber dann hinten wichtige Lücken zugemacht. Und das ist sowas, das ist interessant zumindest, wenn man da im Stadion ist und verschiedenste Emotionen auf ein Spiel hat. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich finde, du hast super zusammengefasst. Was ganz, ganz interessant war, ja, diese zwei unterschiedlichen Hälften, ich habe die erste nicht ganz so dramatisch gesehen, wie du es war, aber wirklich sehr, sehr lustig. Als wir das zusammengefunden haben, die fast kleine Prügeleien, nein, auf keinen Fall, aber es war schon so. Aber man muss schon sagen, in der ersten Halbzeit hat die Eintracht auf jeden Fall das Spiel nicht in der Hand gehabt. Und eigentlich hätte Dortmund das komplett in der ersten Halbzeit finalisieren müssen. Die waren nur so eine Schlurri-Mannschaft. Am Ende des Tages ist Dortmund auch wieder eine Schlurri-Mannschaft, die ganz locker das Ding in der ersten Halbzeit zu Ende hätten spielen könnte, hätten ein paar Chancen verwandelt. Da ist 2-0, 3-0 zur Halbzeit gestanden. Da wäre der Käse auch wieder gegessen. Aber wir können von Glück sagen, dass wir mittlerweile auch eine Mannschaft haben, die sich ein Stück weit besser einspielt. Und Silver kam auch in der ersten Halbzeit schon wesentlich besser ins Spiel. Ja, und dann nutzt du halt natürlich dann diese Chancen. Dann hast du jemanden wie Silver, der halt aus einer Situation dieses 1-1, erzielt, was uns unglaublich gut tut. Und das, glaube ich, so ein bisschen Feuer mit reingebracht hat. Und nochmal zu der Core-Sache, die du angesprochen hast. Das geht mir ganz ähnlich. Ich glaube, bei der Betrachtung von Dominic Core sind wir ziemlich deckungsgleich. Das ist auch so ein Spieler, wo du merkst, offensiv geht da nichts. Da gibt es echt andere Spiele, die ich positiver sehe. Aber insgesamt zu sagen, finde ich halt, dass die Eintracht in der zweiten Halbzeit, die ersten Minuten gleich richtig geil aus der Pause kam. Und du gemerkt hast, okay, endlich ist die Eintracht wieder da. Ja, das hast du definitiv gemerkt. Da hat mit Sicherheit auch dieses, dieser Ausgleich so kurz vor der Pause auch das Nötige getan, dass da einfach diese Spannung drin war. Ja, nochmal der Vollständigkeit halber, wie ich die erste Halbzeit gesehen habe. Für mich läuft sie so unter dem, wenn ich das mal so versuche in einem Satz zusammenfassen, unter sehr bemüht, aber am Ende wenig erreicht. Also es war immer so dieses von wegen, dass sie versuchten, irgendwas zu tun, aber nach ein paar Metern schon nicht mehr so richtig wussten, was sie damit eigentlich tun wollten. Das war so ein bisschen meine Wahrnehmung von der ersten Halbzeit. Und das ist in der Tat mit dem Beginn der zweiten Halbzeit ganz anders gewesen. wie gesagt, das Tor, dieser Ausgleich in der 43. Minute wird da sicherlich seinen Beitrag zu geleistet haben und dadurch, dass Dortmund dann wahrscheinlich auch wirklich bedingt, dadurch, dass sie in der ersten Halbzeit auch diese Chancen nicht gemacht haben, ja, so ein bisschen überrumpelt vielleicht auch war an der Stelle einfach. Ich muss sagen, Dortmund, Marvin hat es ja kurz nochmal angesprochen, Dortmund, boah, als Dortmund-Fan wäre ich echt abgefuckt. Also wie die da, diese Mannschaft, die können, jeder Einzelne ist so ein geiler Fußballer. Ja. Also du hast, du siehst es ja auf kleinem Raum, selbst die Außenverteidiger können besser kicken als, weiß ich nicht, viele Mittelfeldspieler von anderen Bundesligisten. Die, die, die schnicken sich da einen zurecht. Das sieht aus, als wenn sich die geilste Hobby-Truppe aus Frankfurt im Ostpark getroffen hätte und die schnicken und die schnicken sich da so eins zurecht und hier, hier hören dabei noch Musik und was weiß ich was und gehen danach irgendwie noch essen alle zusammen und danach ins Schwimmbad. Das würde mich wahnsinnig machen. Also die können, das ist so eine brutal gute Mannschaft, Sancho ist wahnsinnig egal Spieler. Also das macht einfach auch tatsächlich, wenn man es ganz kurz die Emotionen rauslässt, das macht auch Bock, solche Spieler zu sehen. Ja, das ist richtig. Aber dass die das dann nicht auf die Straße kriegen, ist für mich ein Rätsel, weil ich meine, die haben jetzt bei uns Punkte gelassen, die haben an der alten Fürsterei Punkte gelassen. Das ist sehr, sehr störend, muss ich sagen, weil die ja letztes Jahr auch so die Meisterschaft auf diese Weise verzockt haben und wenn das dann wiederkehrend ist und du das Gefühl als Fan hast, das Problem ist bekannt, aber es geht einfach nicht weg, da stellt sich, glaube ich, sogar eine gewisse Hilflosigkeit ein, die dazu führt, dass du dich immer weiter reinsteigerst und das Problem noch größer siehst, als es tatsächlich ist und das kann sehr, sehr gefährlich sein. Ich bin gespannt, wie Dortmund diese Saison abschneidet. Für mich könnten die sogar Vierter werden, wenn Leverkusen anfängt, einen Plan B zu entwickeln. Sehe ich ganz genauso. Und es ist noch nicht mal böse gemeint, aber das zeigt einfach, dass dein Killerinstinkt irgendwie doch nicht da ist so in den entscheidenden Momenten. Du hast jetzt schon echt Punkte gelassen gegen Union, hättest du das Ding auch irgendwie nicht verlieren müssen. Du hast gegen uns keine drei Punkte geholt, das freut mich natürlich sehr. Das ist aber auch, resultiert natürlich aus dieser Eintracht-Geilheit, die langsam auch wieder zurückkommt. Ich will das jetzt ja auch ein bisschen beschweren, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das hängt natürlich nicht nur an Dortmund, aber wie gesagt, die Dortmunder hätten in der ersten Halbzeit da einfach wesentlich konsequenter spielen müssen. Kriegen sie nicht hin. Wer weiß, ob das alles so gut funktioniert mit Farbe. Auf Dauer kann sein, dass wenn da die Ergebnisse nicht so passen, dass es da plötzlich ganz anders aussieht. Aber man muss auch sagen, natürlich stand auch noch Gegner auf dem Platz und die Eintracht hat es am Anfang der zweiten Halbzeit richtig, richtig gut gemacht. Und mit Kleinigkeiten war das ganze Spiel der zweiten Halbzeit ein anderes. Ich fand, dass Einzelspiele wesentlich besser reinkamen. Der Durm hat mir gut gefallen. Selbst den Sow hat in der zweiten Halbzeit positive Akzente gesetzt. Da sind schon Spiele da, die sich ein Stück weit bewährt haben, trotz der Tatsache, dass sie noch gar nicht so oft auf dem Platz waren für die Eintracht. Ja, das stimmt. Und dann kam diese Aktion mit diesem Freistoß und da sind wir gefragt worden, ob wir das noch mal aufdröseln können. Ich versuche es jetzt mal in Worte zusammenzufassen, was da passierte. Es läuft ein Konter von Dortmund. Ich glaube, Sancho war es auf der Außenbahn mit dem Ball. In der Mitte laufen der Schiri relativ mittig und guckt so ein bisschen nach außen, was da passiert. Und in der Mitte kreuzen Alcacer und Touré ihren Laufweg und dabei erwischt Touré im Laufen Alcacer an der Hacke. Ihr habt mir das in der Wiederholung noch zwei, dreimal angeguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schiedsrichter das maximal so aus dem Augenwinkel gesehen hat, weil er guckt schon sehr konzentriert auf den ballführenden Spieler. Ahnt das dann aber mit Gelb und gibt einen direkten Freistoß, der so ziemlich am Rand vom Sechzehner stattfindet, den sie dann halt schon relativ clever dann da irgendwie machen. Sancho steht da komplett alleine, Witzel spielt das Ding rüber, also die Ausführung des Freistoßes, da gibt es nichts dran zu bemängeln. Aber aus meiner Sicht hätte es den an der Stelle nicht geben dürfen. Ich weiß nicht, ob ich da alleine mit der Meinung bin oder ob ihr mir da zustimmt oder andere Meinungen habt. Ich habe sie im Stadion gesehen. Ich habe es mir auch noch ein paar Mal angeschaut und ich würde tatsächlich fast gern Colinas Erben anrufen. Ich weiß es nämlich nicht, weil natürlich trifft er den, aber der sieht den halt auch gar nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Foul-Auswirkung auf den Spielfluss hat. Also es war nicht so, dass er den gefault hat und dass dadurch Alcacer nicht irgendwie schießen konnte, sondern das war, die Situation war ja dann weiter weg und eigentlich hätte er auch aufstehen können und weiterspielen können und dann wäre die selbe Situation wieder da gewesen. Natürlich ist das ein Trifter, ich weiß es nämlich nicht, also wahrscheinlich ist das wirklich ein Foul, weil es ist ja egal, ob du das willst oder nicht, also du triffst ihn halt. auch wenn es Absatz vom Geschehen ist, wahrscheinlich ist das rein regeltechnisch ist das wahrscheinlich tatsächlich ein Foul. Also ich glaube, das ist wie so, weiß ich nicht, wenn jetzt du dein Auto abstellst und dann kommt irgendwie ein Nachbar und der misst ganz genau aus, dass du ein Zentimeter zu nah an der Wand stehst, kriegst du auch einen Strafzettel so. Ich glaube, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl muss man das nicht pfeifen. Ich weiß nicht, ob das Spielfluss taktisch klug war, das zu pfeifen, weil eigentlich hat es überhaupt gar kein Bewandtnis im Spielverlauf gehabt. Nee, weil der Schultz hatte ja immer noch den Ball, sie hätten immer noch was daraus machen können, also das Ding halt da an der Stelle dann halt so direkt zu geben, weiß ich nicht. Ich fand es auch übertrieben, muss ich sagen. Ich fand es übertrieben, befürchte aber, dass es durch die Regeln gedeckt ist. Das ist mein Take dazu. Was schlimmer ist, was nach dem Freischuss passiert ist, dass Trab den nicht richtig abwärts, also beziehungsweise unglücklich abwärts, weil so eine Rakete war das auch nicht. Nee, war er nicht, definitiv. Und dann stehen halt zwei Leute, ich glaube sogar Hasewe war auch dabei, die nicht reagieren, weil entweder müssen sie dann zu Sancho gehen oder rausgehen, damit es abseits ist. Ja, in dem Moment, sie bleiben halt blöd stehen, weil sie halt alle nur auf den Ball gucken, der halt zu Witzel rüberfliegt und es hat halt exakt niemand Sancho auch nur irgendwie ansatzweise, glaube ich, im Gefühl, wie der sich im Rückraum da frei bewegt. Also das war halt schon dann, da hat uns so ein bisschen dieser Überblick gefehlt. Ja, es waren halt zwei Scheiß-Situationen. Auf der einen Seite muss ich sagen, natürlich, ich habe das nur im Stadion gesehen und da habe ich gedacht, meine Fresse, jetzt wirklich, nachdem die Situation schon weiter lief. Also ich meine, der Freistoß kam ja, als ich eigentlich schon gedacht habe, es geht weiter im Spiel, ich habe das ja gar nicht so mitverfolgt. Und dann sehe ich plötzlich, fuck, okay, jetzt gibt es doch bei gerade in so einer Situation jetzt Freistoß. Oh nein, oh nein, das war natürlich gefährlich. Ja, und dann wie es läuft, also wie es läuft, dann halt mit dem Gegentor resultieren, ist halt Kacke. Wenn du den Ball irgendwie abwehrst, musst du ihn vielleicht auch ein Stück weit anders abwehren oder es muss halt jemand, das würde ich viel eher ankreiden, müsste jemand von den Abwehrspielern schnell hinrennen und den Ball irgendwie weghauen. Und das ist halt nicht passiert. Dann gibt es ein dummes 2-1, wo man auch ganz klar sagen muss, das kam total antizyklisch. Das war keine, es hat sich nichts angedeutet in der Situation. Du hast nämlich eigentlich das Gefühl gehabt, okay, die Eintracht ist hier sehr gut im Spiel, da geht noch ein bisschen was, der Push war so ein bisschen da, eigentlich eine gute Situation, aber gut, manchmal verstehe ich die Welt auch nicht, muss ich tatsächlich sagen. Da ist Fußball dann doch vielleicht nicht so logisch erklärbar, wie wir es manchmal gerne hätten. Zum Glück. Du hast genügend, du hast ja genügend Situationen, wo sich sowas andeutet, wo es klar ist, aber bei dem, ja, fand ich halt echt mega bitter. Das war einfach wirklich unglücklich, also bei allem individuellen Versagen, das war wirklich in der Summe der Unglücklichkeiten sehr, sehr hoch. Also, dass Touré ihn da irgendwie blöd nicht sieht, dass der Umfeld, dass der Schiedsrichter das angeblich gesehen haben will, was René sagt, weil wenn man sich das mal anschaut, ganz genau kann der das nicht gesehen haben. Der Linienrichter auch nicht. Also, die haben beide da nicht hingeschaut, sondern die anderen beide, oh, da ist einer gefallen, Freischuss. Die können mit Sicherheit nicht komplett diese Situation bewertet haben, für den Video weiß es auch nichts, also es ist sehr, sehr krude auch. Und dann dieses, das trappt den Ball nicht richtig abwehrt, dann prallt er zu Witzel, dass Witzel dann Sancho auch noch irgendwie halb sieht, dass das dann auch kein Abseits ist. Also, das ist einfach die Definition eines unglücklichen Gegenkaufs. Ja, das ist es. Aber, die Eintat hat nicht abgesteckt, der hat weiter versucht irgendwie zu agieren. Interessanterweise, wir haben ja dann über Wechsel gesprochen, die wir ein wenig irritierend fanden, auch schon von 2000, aber Tatsache ist es so, es gab Wechsel, die gemacht wurden, die mir gut gefallen haben. Selbst ein Kamada kam rein, hat für Dominik Korn, über den wir ja schon gesprochen haben, kam er rein und hat eine gute Leistung gezeigt, hat nochmal ein bisschen aufgewirbelt, die ganze Sache und das fand ich super. Und dann merkst du, okay, hier geht heute was und da war dann auch die Crowd wieder da. Da waren die Fans auch wieder komplett dabei, deswegen würde ich das Spiel zum Beispiel als wesentlich emotionaler, stimmungsgeladener Ansehler als das gegen Arsenal und plötzlich wollte wieder jeder und das war geil. Ich glaube, es war so ein kleiner, ich will jetzt nicht zu hochpushen, aber es war so ein kleiner Erweckungsmoment in diesem, vielleicht in dieser Saison, der uns gepusht hat und dann passt halt alles zusammen. Kamada spielt, macht eine interessante, gute Partie, Dost kommt dann rein und dann selbst Chandler, meine Güte. Ja, bei Chandler, wo ich nicht gedacht habe, okay, was ist jetzt hier los und dann, aber dann der Flank, die Flanken, die er macht, wenn er auf dem richtigen Flügel ist, die sind auch ganz gut und dann halt eine Situation, die er nicht vernachlässigen darf. Ich glaube, weil wir hatten die gelbe Karte bekommen, Hasebe hat sich in die Haare bekommen mit irgendjemandem. Sancho. Mit Sancho, so, hat sie in die Haare bekommen und da denkst du, meine Güte, was ist denn hier los? Und dann, ich habe im Stadion, habe ich sofort rote Karte gerufen, habe ich sowieso gedacht, es wäre ein Mordanschlag gewesen. Naja, in der Hohlung habe ich gesehen, das ist nicht so ganz so dramatisch gewesen. Also Hasebe beweist, dass er anscheinend irgendwo mal in der Fallschule war. Bei Wrestling in Japan ist ja Wrestling auch groß, ja, vielleicht hat er da lange Fallschule gemacht, also er ist auf jeden Fall sehr gut gefallen. Natürlich war da was, gelbe Karte auch vollkommen zu Recht, mehr halt dann jetzt aber auch nicht, aber trotzdem, das ganze Stadion ist dann komplett mitgegangen und hatte richtig Bock und hat gemeint, okay, okay, was ist jetzt hier los? Jetzt sind wir irgendwie betrogen worden, ja, das hätte ganz klar rote Karte sein müssen, okay, jetzt geht es weiter und da war dann die Eruption förmlich zu spüren. Ja, ich fand aber auch, wie schon so richtig, dass auch dieser, nach diesem 2-1 Freistoß hat sich das einfach auch nochmal mehr gepusht, weil du halt schon gemerkt hast dann nach dem Motto, hey, wir waren eigentlich jetzt hier gerade die spielbestimmende Mannschaft, jetzt kriegen wir hier so ein Ding, also jetzt wollen wir es erst recht irgendwie uns wieder zurückholen, also das hast du schon gemerkt, dass dieser Kampfgeist dann einfach sowohl von Fans Seite als auch von den Spielern da war. Kamada hat mir extrem gut gefallen mit seiner, oder nach seiner Einwechslung, ich fand den sowieso auch in den Spielen davor schon sehr gut, hab immer so ein bisschen Fragezeichen hinter gehabt, ob er als Einwechselspieler funktioniert, in dem Fall hat er funktioniert, weil er einfach da nochmal so diesen, diesen Schwung mit gebracht hat und am Ende nicht ganz belohnt worden ist, ich warte ja immer noch drauf, dass der Kerl sich endlich mal mit einem Tor belohnt, aber er hat zumindest dann dieses Eigentor ein Stück weit erzwungen, was einfach auch sehr wichtig war, da am Ende dann dieses Ding irgendwie mitzunehmen und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir hätten sogar am Ende fast noch das 3-2 gemacht, wenn Dorf vielleicht ein bisschen früher, schräg, schräg später da gesprungen wäre, um diesen Ball da richtig zu erwischen, also da wäre noch mehr drin gewesen. Ja, im Endeffekt können wir so zufrieden sein, das war wirklich, man ist mit einem positiven Gefühl aus dem Stadion, man hat diesen geilen Last-Minute-Tor-Moment gehabt, das ist auch immer, das ist auch einer der geilsten Sachen, die es gibt, kurz vor Schluss, egal ob Auswärts oder zu Hause, sondern ein wichtiges Tor, also es gibt nicht viel geilere Sachen, muss man schon so sagen. Ihr habt Kamada angesprochen, fand ich auch, dieses Loch, was ich vorhin angesprochen habe in der ersten Halbzeit, das hat er komplett geschlossen, also der wuselt dann da rum, dann zieht der Gegenspieler auf sich, dadurch werden andere noch frei, der Eintracht hat es immer geschafft, irgendwie die Außen frei zu spielen und als Dost dann drin war, hat dann nachher auch die Chandler-Einwechslung Sinn gemacht, die ich erst gar nicht verstanden habe, also zu sagen, was ist denn jetzt? Aber dann hat es Sinn gemacht, zu sagen, okay, wenn der halt einfach jetzt nochmal eine Flanke auf Dost irgendwie drauf kriegt, können wir wirklich noch den Ausgleich machen oder dann hat er tatsächlich fast noch gewinnen. Hat am Ende alles Sinn gemacht, ist natürlich auch Glück, weil dieses Tor, ich glaube, wenn ich Dortmund-Fan wäre, würde ich dieses Tor, was wir dann geschossen haben, ähnlich beschreiben, wie das, was wir eben über das Gegentor von Eintracht gesagt haben. Also da geht der Ball nach hinten, der Winterägger bolzt den irgendwie rein und dann Kamada trifft ihn und dann Delaney haut sich den selber rein, obwohl er nicht reingegangen wäre. Aber Marvin hat, glaube ich, das beste Wort dafür gefunden, rein brutalisiert. Das ist einfach, besser kann man es nicht beschreiben, weil, so ist es. Das ist nicht rausgespielt, das steht in keinem Trainingsplan, das ist einfach nur Sinnbild dieses Willens und auch wenn Marco Reus dieses Wort nicht mag und ich eigentlich auch nicht, aber das ist trotzdem eine Mentalitätsfrage, in dem Sinne zu sagen, okay, wir lassen uns zumindest nicht von diesem Unglück runterziehen, weil das kann ja auch passieren, man kennt das ja selber von sich so teilweise, dann ist irgendwie was, dann denkst du, ach, heute ist echt nicht mein Tag und da passiert noch irgendeine Scheiße und dann denkst du, ach, kacke, diese Mannschaft nicht, egal wie sehr die verändert worden ist und egal wie sehr wir sagen, das muss ich hier noch einspielen und wir müssen den Zeit geben, was tatsächlich geblieben ist in dieser Mannschaft, das war selbst in Augsburg so, ist diese, 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 ja, diese Gier zu sagen, wir hören auf gar keinen Fall auf. Also, selbst in Augsburg hätten wir fast den Ausgleich noch gemacht. Hier haben wir den Ausgleich gemacht und das ist, ohne Scheiß, das ist viel, viel wichtiger, als wenn es andersrum wäre. Hätten wir hier eine eingespielte Mannschaft, die aber sich irgendwie manchmal ab und zu gehen lässt, wie Dortmund das zum Beispiel, Dortmund war genau das Gegenteil. Dortmund hat vom Spielerischen und von den Abstimmungen her alles easy, die haben aber dann nicht das im Kopf übertragen können. Also, ganz ehrlich, wenn du die spielerische Können von Dortmund nehmen würdest und die Mentalität von Eintracht, wäre unschlagbar. Uiuiui. Ja, ganz ehrlich. Das wäre eine sehr gefährliche Mischung. Und dann noch die Fanszenen zusammenschmeißt. Ach, liebe Zeit, Alter. Das ist eine Story mit 140.000 Menschen, Alter. Naja, stimmt. Das wollen wir aber nicht, liebe Freunde. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, aber das ist, aber das ist trotzdem ein guter Punkt und ich denke, wir sind hier deswegen auch auf einem guten Weg. Das Wichtigste ist, dass wir diese, sag ich mal, merkwürdige Woche mit dem Scheißding, in Augsburg und naja, der blöden Niederlage gegen Arsenal jetzt nicht komplett in Nullpunkten haben versanden lassen, sondern dass wir einen ganz wichtigen Punkt geholt haben, dass wir zweimal aus einem Rückstand zurückgekommen sind, dass wir uns gezeigt haben, dass die Mentalität stimmt, dass wir auch wieder Tore schießen können. Egal wie. Silver hat gezeigt, dass er eine gute Verstärkung für die Frankfurter Eintracht sein kann und selbst auch auf den anderen Positionen hat es einigermaßen gestimmt. Wir haben jetzt gar nicht großartig über Touré gesprochen, aber das war eine interessante Option, die könnte in Zukunft öfter mal kommen. Da wird jetzt wieder ordentlich durchrotiert. Ich hätte ganz gerne, wenn vorne weniger rotiert würde. Man kann mal überlegen, ob man dauerhaft mit Patience und Silver so arbeitet. Ich habe Patience ja bei weitem nicht so schlecht gesehen wie andere Medien zum Teil. Ich habe beim Kicker irgendwie, keine Ahnung, eine 4.5 oder so bekommen. Also keine gute Note. So schlecht habe ich den weiß Gott nicht gesehen. Aber da können Sichtweisen natürlich divergieren. Genauso kann auch die Sichtweise divergieren, wie man die neue Fanta Dark Orange findet. Oh, darf ich einfach Werbung sagen? Das ist geil, dass ich... Hashtag Werbung. Ja, genau. Die habe ich, ich sehe das gerade, weil die ist vor mir, die habe ich gekauft. Die ist nämlich schwarz wie Cola tatsächlich. Ja, und die schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ja, da ist ein bisschen Blutorangensaft drin. Leute, das ist übrigens keine Werbung. Wir haben kein Geld dafür bekommen. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Aber so ist es, ja. Und dieser Blutorangensaft, manchmal schmeckt der gut, manchmal schmeckt der nicht so gut. Aber bei der Eintracht schmeckt der immer besser. Ich, ja. Ich muss sagen, dass für mich, wir haben es auch nach dem Spiegel, habe ich alle so ein bisschen immer gesagt, unabhängig voneinander. Das war tatsächlich dieser Marseille-Moment ein bisschen. Also du hast dieses in Marseille, erinnert ihr euch einfach, mit was für einer Stimmung man vor diesem Marseille-Spiel war? Ich erinnere mich noch ganz klar, ich bin dann mit ein paar Kumpels in der Sandro Pepe haben wir geschaut. Du hast gar nichts erwartet. Dann hat Marseille jetzt 1-0 gemacht. Du denkst, naja. Fangen wir mal ruhigen Ausgleich. Und plötzlich macht Jovic, klar haben wir jetzt nicht gewonnen, aber trotzdem kann ich es trotzdem vergleichen und ich hoffe, dass es eine ähnliche Wirkung haben wird. Seit diesem Tor von Jovic in Marseille hatte man diese negativen Eindrücke, die man in die Wochen und so fort und diese Zweifel, die man immer hat vor der Saison als Eintracht-Fan sowieso. Machen wir uns auch nichts vor, egal wie erfolgreich die Eintracht jetzt in den letzten zwei Jahren war. Wir haben das alle tief in uns drin. Wir haben immer Angst. Und wenn die Eintracht 2-1 in Augsburg dumm verliert, hast du immer wieder diese Flashbacks, die denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist wieder die trottelige Eintracht, der trottelige Kellner ist wieder da, ich bin schon wieder ins falsche Restaurant gegangen. Das hat man ja, ja. Falsches Restaurant serviert. Das hat man immer wieder, dass man das, trotzdem hat er hoffentlich, hat das eine ähnliche Wirkung. Kann es auch haben, weil, wie wir uns gesagt haben, wenn das nicht, stellt euch vor, das 2-2-2 wäre nicht gefallen. Wir würden ganz, 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 ganz anders hier reden. Und die Stimmung in der Öffentlichkeit und in der Mannschaft und alles mögliche wäre auch komplett anders. Und du würdest komplett mit Druck in den nächsten Spielen sein. Jetzt hast du so das Gefühl, ah, wir haben uns belohnt und der Weg, den wir gehen, der ist doch nicht falsch, auch wenn vielleicht ganz viele, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die sich immer wieder diesen Fehler hingeben, in so eine Kurzfristigkeit in der Bewertung reinzugehen, sondern das machten ja auch andere. Also das macht ja auch die Öffentlichkeit. Das machen vielleicht sogar dann Mannschaften und Trainer auch selber intern. Dass das jetzt weg ist, das ist einfach weggespült. Und man hat jetzt einen positiven Twist. In Berlin hat man auch noch nicht verloren. Und man kann ganz anders. Stellt euch vor, wir wären jetzt mit einer Liederlage nach Berlin gefahren und dann hast du da dieses heiße Publikum. Gute Nacht. Ja, das ist genau das. Ja, das ist ganz, ganz wichtig im Endeffekt. Ich meine, das ist total geil, weil ich meine, jetzt haben wir einen Punkt und jetzt können wir sehen, ah ja, komm, mindestens auf jeden Fall nicht verlieren in Berlin, wenn wir da irgendwas mitnehmen. Bei drei ist es natürlich total geil, Eskalation. Bei einem Punkt kannst du auch mitleben. Ja, dann geht es immer so weiter. Aber das ist halt schon, das ist halt einfach wichtig, jetzt so langsam wieder auf eine positivere Straße zu gelangen. Ich muss ja auch sagen, tabellarisch sieht das alles momentan okay aus. Ich gucke ehrlich gesagt zu so einer Zeit noch gar nicht auf die Tabelle. Mir ist eigentlich nur wichtig, was an Punkten da steht. Wie denn auch ist jetzt der fünfte Spieltag? Die ist überhaupt noch nicht aussagekräftig. Da kann noch irgendwie total viel passieren. Aber dafür haben wir jetzt auch schon sieben Punkte. Ja, wer weiß, wie es nach Freitag ist. Vielleicht haben wir dann schon zehn Punkte oder so. Können ja durchaus sein. Also mir geht es auch erst mal jetzt wieder darum, möglichst schnell das Punktekonto voll zu machen und dann mal sehen, wo wir landen. Aber das ist doch jetzt schon mal eine ordentliche Ausbeute. Ich sage mal so, gegen den BVB hätte ich nicht mit einem Punkt gerechnet, gegen Augsburg mindestens mit einem. Jetzt haben sie das eigentlich wieder gut gemacht. Aber, und das will ich jetzt auch nochmal mahnend mitgeben, es muss schon so sein, dass die Eintracht sich mehr auf den Punkt, auch zur ersten Halbzeit, mehr einspielt. Denn das nervt schon, dass sie immer in Rückstand geraten und dass sie die erste Halbzeit war ein Stück weit unkörperlich von beiden Mannschaften, noch mehr von der Eintracht. Gegen Augsburg hast du es gemerkt, da sind wir nicht mehr von der Rückstand zurückgekommen. Das muss jetzt auch mal besser klappen. Ja. Korrekt. Dann lasst uns doch mal sprechen über dieses Spiel gegen Union Berlin. Wir spielen am Freitag 20.30 Uhr an der alten Försterei gegen den Aufsteiger Union Berlin, die ja in den letzten Spielen auch eher so ein bisschen schwankend waren. mal Niederlagen hochkassiert, mal auch Dortmund dann tatsächlich Punkte abgeluchst. Unüberraschenderweise gegen Bremen vielleicht so ein bisschen, da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber gegen Leverkusen dann auch unüberraschenderweise verloren. Und jetzt eben gegen uns. Ich glaube, die sind, also nach meiner Wahrnehmung, sind die jetzt gerade noch total in so einem Aufstiegs- Glücksbärchen-Rausch. ist die Frage, wie die Mannschaft dann unterwegs ist, wenn der mal aufhört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der am Freitagabend 20.30 Uhr Flutlichtspiel gegen uns, die auch eine Menge Fans mitbringen werden, wird da ordentlich Stimmung in der Hütte sein. Ich glaube, ihr hattet das bei 3.90 Uhr gesagt, das könnte das erste Mal sein, dass man von den Eintracht-Fans oder bei Fußball 2000, dass man von den Eintracht-Fans da relativ wenig hört, weil es dürfte auf Unioner-Seite sehr laut zugehen. Ja. Das wird wirklich ein erster Test, wie es um diese, ja, wie es um die Konstitution der Mannschaft bestellt ist, zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses positive Erlebnis, aber das bringt alles nichts, wenn wir jetzt da verlieren. Also dann kannst du das komplett wieder vergessen. Weil, ja, du hast schon gesagt, Union ist, glaube ich, wird von der Mentalität her, stehen die uns nichts nach. Also das werden zwei Mannschaften sein, hoffentlich, die Mentalitätslevel ausgeglichen sind, vielleicht sogar mit gleichen Vorteilen bei denen, weil die komplett in dieser Euphorie noch drin sind und wir noch in dieser Findungsphase. Dann muss der Kicker auf dem River für uns sein, dass wir bessere Kicker haben und das haben wir definitiv. Das heißt, wenn wir kämpferisch mithalten können, wird sich dann in diesem Spiel diese spielerische Klasse durchsetzen, dann gewinnen wir das Ding. Natürlich musst du aber erst mal diese Galligkeit erreichen. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, weil die Eintracht dann auch oft so eine Mannschaft ist. Wir hatten das Ende der letzten Saison auch, dann verlierst du zu Hause gegen Mainz und verlierst du zu Hause gegen Augsburg und kommst dann plötzlich, spielst du eins an seine Stamford Bridge. Das hatten wir da auch schon. Ich bin gespannt, ob das jetzt immer noch so ist. Ich hoffe nicht, habe aber leise Bedenken. Deswegen hat Marvin es schon richtig gesagt, man könnte fast sogar mit einem Punkt zufrieden sein in der aktuellen Situation. Will ich aber eigentlich nicht. Eigentlich will ich, dass die Eintracht da hinfährt und der Vergleich tut mir jetzt ein bisschen weh, weil ich sie sehr, sehr ablehne, aber Leipzig hat das richtig gemacht. Die sind da hingefahren und haben gesagt, ja, ja, Stimmung her, Stimmung hin, bla, 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 ihr mögt uns nicht. Wir gewinnen hier aber, weil wir besser sind und das wünsche ich mir von Eintracht auch. Ja, das wäre so geil und das muss eigentlich jetzt auch mal das Ziel sein, dass wir aber gleichzeitig auch besser in den Kampf kommen. Und du wirst gegen Union nicht gewinnen, wenn du versuchst, die irgendwie auszuspielen, glaube ich. Du hast natürlich die besseren Kicker, aber diese besseren Kicker, das muss sich in dem Moment manifestieren, indem sie diese entscheidenden Situationen kreieren und dann auch abschließen. Aber trotzdem musst du auch diesen Kampf hochhalten und deswegen ist gerade bei Union, wir werden gleich nochmal über die Aufstellung sprechen, vielleicht eine leicht veränderte Aufstellung durchaus sinnvoll, aber du musst es annehmen und du darfst auf keinen Fall schläfrig sein. Du musst zum ersten Moment an wach sein, weil ein Gegentor kann dir gegen Union auch trotzdem mal ganz leicht passieren. Ich meine, die haben immerhin schon fünf Saisontore gemacht, das ist jetzt nicht so viel, aber sie können treffen und dagegen sollten wir uns verwarnen, denn wenn es 1 zu 0 an der alten Faserei steht, dann wird es auch echt schwierig. Auf sowas sollten wir uns gar nicht hinabbegeben, wir sollten gleich versuchen, unsere Akzente zu setzen und das Pressing auch mitzugehen und die zu nerven, ein Stück weit, weil die besseren Kicker haben wir und ich glaube, die sind durchaus leicht zu vernachlässigen, äh, nicht vernachlässigen, leicht zu verunsichern, die Berliner. Ja, ich tue mich da in der Beurteilung noch ein bisschen schwer. Ja, wir haben die besseren Kicker, aber ich glaube schon, dass Emotionen da zumindest in dem jetzigen Zeitpunkt in der Saison da noch mehr bewirken können und das macht mir echt so ein bisschen Sorgen, aber es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja, aber was heißt denn Emotionen? Aber wenn du die von Anfang an kalt stellst, wenn du denen ein bisschen auf den Sack gehst und wenn du plötzlich den Spieß rumdrehst, ja, dann hast du eine ganz andere Art der Emotionen, aber damit musst du klarkommen. Meine Güte, viele Spieler der Eintracht, die haben schon auch andere Situationen erlebt und die müssen auch gegen Unionen auch mal klarkommen und ich glaube, dass, dass, die müssen einfach an die eigene Stärke glauben, aber sie müssen wach sein und wach sein ist für mich das ganz Wichtige, weil du hast zu oft in der Vergangenheit Dinge verschlafen, das kannst du jetzt definitiv nicht, aber wenn sie wach bleiben und dann gleichzeitig ihren Stiefel aufdrücken, dann wird das eine gute Sache. Ja, klar, also du musst quasi, das ist auf jeden Fall geil, wie wir in die zweite Halbzeit gegen Dortmund gestartet sind, so musst du quasi ab der ersten Minute da auftreten und sagen so, wir sind jetzt hier, schön, dass wir zu Gast sein dürfen, aber das ist unser Spiel und deswegen her mit dem Ball und los geht's. Dann kannst du die halt, glaube ich, schon so ein bisschen da aus ihrem Konzept rausbringen. Ja, wird spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock, also ich habe Bock, ich habe das Gefühl, das könnte der Saisonstart sein. Du hast immer diese Unsicherheiten gehabt, wir hatten Absintheit da und dann haben wir das, wir haben uns gegen Düsseldorf zurückgekämpft, das war trotzdem nicht so ein ganz so gutes Spiel, da hast du mit Augsburg dieses Ding gehabt, dann kam Arsenal dazu, jetzt wieder dieses positive Ding. Wenn die Eintracht jetzt in Berlin gewinnt, dann kann man von einem positiven Saisonstart reden. Das ist dann so ein bisschen wie in der letzten Saison, wo die ersten Spiele ja auch so ein bisschen schwierig zu beurteilen waren, alles hat nicht so richtig gepasst, System noch nicht so richtig gefunden und dann sind wir doch auch so ab dem fünften, sechsten Spieltag so richtig durchgestartet. Das könnte jetzt quasi dieser Startschuss dann auch wieder sein. Das meine ich. Also ich glaube tatsächlich, dass das zumindest, was das Euphorie-Level, das könnte mich zumindest vom Euphorie-Level komplett wieder auf 100 schießen. Zu sagen, geil, Alter, jetzt haben wir das auch noch gewonnen und dann kommen immer mehr Automatismen dazu und dann kann das nämlich in eine positive Richtung verselbstständigen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Also es ist so ein Weichensteller zu sagen, mit welchem Spirit gehst du auch in den nächsten Spielern, dann spielst du in Portugal. Da hast du auch noch nicht verloren und zu Hause in Bremen längst noch nicht. Also das kann wirklich so ein Wegweiser sein, zu sagen, ey, wir können tatsächlich vielleicht die nächsten drei Spiele gewinnen und dann, dann ist auch die Power wieder da. Dann ist dieses Arsenal-Spiel stimmungsmäßig auch vergessen. Dann wird wieder alles so sein, wie es sich gehört. Und dann haben wir neue Helden und dann neue Geschichten und wer weiß, was dann passiert. Das ist wirklich so ein Spiel, auf das freue ich mich brutalst, weil, wenn wir es mal nüchtern betrachten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eintracht gewinnt, höher als dass sie nicht gewinnt. Also das würde ich schon so einschätzen. Dass in zwei Mannschaften klar kann, dass immer so ein Sondertag sein. Nichtsdestotrotz sollte die Eintracht sich da durchsetzen. Du hast ein sehr, sehr stimmungsvolles, kleines, interessantes Stadion, interessanter Verein, eine interessante Fanszene. Kommst aber selber auch mit deinen besten Fans da an, will ich auch sagen. Also diese Aussage von Fußball 2000 relativiere ich jetzt auch hier ein bisschen. Du wirst die Eintracht-Fans schon hören. Gerade, klar kommt es auch ein bisschen auf den Spielverlauf an, aber die werden auch Bock haben. Du wirst auf jeden Fall wirklich wahrscheinlich so mit das lauteste Spiel haben in den letzten Wochen von beiden Fans zehn zusammen gemischt. Dann wirst du ein Kampfspiel haben und dann hoffentlich den besten positiven Ausgang für die Eintracht und dann ist wieder wirklich, dann ist so alles da drin und das, ich habe richtig Bock drauf. Freitagabend, Flutlicht. Das wird schon geil. Ich hoffe, dass die Eintracht den Teil dazu beiträgt und dann ist alles gut. Ja. Ja, wird spannend. Wird spannend, wird spannend, wird spannend. Was glaubt ihr denn, mit welcher Aufstellung wir da auflaufen werden? Fangen wir mit dem leichtesten an. Trapp im Drache. Ja, den Witz bringe ich sonst jede Woche. Ja, danach fängt es quasi schon an. Abwehr. Abraham, ja, nein. Touré, ja, nein. Ja, ich gehe davon aus, dass Abra wieder zurück rotiert, tatsächlich, glaube ich schon. Ja, definitiv. Ich glaube, dass wir, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Also ich meine, Abraham ist auch jemand, der wirklich damit gut umgehen kann, mit dieser Stimmung auch. Vielleicht gibt er dieser noch nicht ganz wackeligen Mannschaft auch ein Stück Souveränität. Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich weder Touré noch Abraham, sondern Dicker da sehen, ne, tatsächlich. Ja, hatte ich auch überlegt, aber gerade mit diesem Stimmungsthema, Meier, ja, er müsste jetzt auch mal, aber da würde ich tendenziell eher ein Abraham oder ein Touré sehen und für mich wäre Touré so ein bisschen derjenige, der die Nase vorne hat. Er hat es sich verdient, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das letzte Spiel fand ich gut, aber ich glaube, es wird wieder zurück rotiert, tatsächlich. Also, Wunsch, Touré vielleicht, realistisch gesehen, Abraham. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, als der Touré nochmal spielt. Ich glaube, wenn Hütter diese Aussage tätigt, dass er sowieso nicht gespielt hätte, weil er muskuläre Probleme hatte, da muss er jetzt auch komplett auf Nummer sicher gehen und hat das auch perfekt eingeleitet. Dann gibt es auch gar keine Stammplatzdiskussion. Dann sagt man halt, der ist angeschlagen, der spielt jetzt halt vielleicht in Portugal jetzt wieder und das Spiel in Portugal ist auch für Abraham perfekt, um zurückzukehren. Tatsächlich. A, von der Zeit her und B, von dem Fokus, der auf dem Spiel liegt. Das ist jetzt nicht das Top-Notch-Gruppenspiel, sondern das ist eher so ein, naja, Spielsauß als in Portugal, hoffentlich spielen wir unentschieden, irgendwie, keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich finde, ja, Touré ist halt so eine Sache. Das ist für Touré, wäre das ein wichtiges Spiel in seiner Weiterentwicklung. Muss natürlich aber auch damit rechnen, dass er dann den einen oder anderen Fehler drin hat, aber ich glaube, dass diese Fehler dann gegen eine Mannschaft wie Union Berlin vielleicht hoffentlich nicht ganz so stark bestraft werden. Deswegen, ich würde Touré stellen, einfach um ihm zu zeigen, ey, wenn du so weiterspielst, bist du eine ernsthafte Alternative und kann sich hier anbieten. Das Ding ist, ich würde Ähnliches gerne sagen über Indika. Problem ist, hier will ich weder Hasebe noch Hinteriger rausnehmen. Das ist so ein bisschen das Problem, was Indika gerade hat. Und es scheint, ich halte einfach daran fest, weil es für mich die leichteste zu ertragende Lösung ist, dass es einfach daran liegt, dass Indika ein Linksfuß ist und Hütter das nicht will, auch wenn er das paar Mal in den vergangenen Saisons gemacht hat. Ansonsten wäre es nämlich merkwürdig, dass Indika so wenige Chancen hat. Also ich hoffe sehr, dass es nur daran liegt, dass Hütter das extrem wichtig ist, dass die Verteidiger halt mit dem Fuß wie Van Gaal das auch will, dass der dein Fuß quasi deine Seite bestimmt, damit du die Spiele öffnen kannst. Also du gehst nicht von dem Gerücht aus, dass Indika die Pizza von Hütter gegessen hat. Ja, wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die mutmaßen, dass er irgendwas gemacht haben muss. Ich habe ein bisschen, ein kleiner Teil von mir hat auch diese Angst, muss ich zugeben. Ich versuche es aber einfach zu ignorieren, weil ich finde, Indika ist fast unser geilster Innenverteidiger und es ist ein bisschen schade, dass er so wenig Rollen spielt. Man kann es aber gut verdrängen, weil die anderen halt auch geil sind. Das ist so ein bisschen dieses Ding. Ich würde es tatsächlich nicht verkraften, wenn die ganze Zeit Russ spielen würde und Indika würde auf der Bank sitzen. So kannst du es dir halt noch erklären, zu sagen, Kernhasebe kommt da nicht vorbei und Hinterka kommt da nicht vorbei und dann im Abraham in Topform eigentlich auch nicht. Und wenn Touré jetzt halt derjenige ist, der halt einen rechten Fuß hat und auf demselben Leistungsniveau ist wie Indika, aber halt einen rechten Fuß hat als Kicker, dann ist es so. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir mit derselben Abwehr spielen wie gegen Dortmund und eigentlich müsste man auch, logisch, aber eigentlich müsstest du auch Durm für die Leistung belohnen, muss ich sagen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es dann im Mittelfeld aus? Fangen wir mal links an. Ich glaube, an einem Kostetsch führt, wenn der nicht gerade irgendwie beide Beine und einen Arm verloren hat, keinen Weg dran vorbei. Ja. Dann ist die Frage in der Mitte. Tja. Tue ich mir wieder schwer, tatsächlich ist es. Ich fand Fernandes halt auch gut. Also muss ich auch sagen, gegen Dortmund hat er mir gut gefallen. Core. Ich fand, ehrlich gesagt, diese Mischung Fernandes-Corso in Ordnung. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht als Option bald wieder Gacinovic auf der Bank haben, den du mal auch reinschmeißen kannst. Und Durm würde ich halt tatsächlich auch bringen. Ich würde schon meinen, dass Durm jetzt auch erstmal eine Weile gehen kann und da Kosta dann auch mal wieder mit voller Wucht kommt, wenn er aufgetankt hat, wenn er mal Kopf frei bekommen hat, mal wieder, ich glaube, so ein bisschen kleiner Reset schadet auch nicht. Deswegen würde ich da nicht viel ändern. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob ich, ich würde auch So halt erstmal drin lassen. Ich würde das auch, ich würde den einfach durchziehen jetzt, durchschleppen. Gegen Union kann da auch auf jeden Fall was passieren. Auch So ist wirklich fast besser als jeder Berliner, so allein von der Qualität und das muss er auf den Platz bringen kommen. Und das Geile ist ja, der macht es ja, Basti, ich glaube, du hast am Montag zu mir gesagt, der macht es jetzt nicht mega verrückt, wenn er mal einen Fehler macht, sondern der macht weiter, der versucht weiter, seine Chancen zu nutzen und das ist doch ein mega positiver Aspekt. Die einzige Frage, die ich mir halt stelle, ob wir stattdessen halt irgendwie doch irgendwo einen Kamada noch reindengeln wollen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo. Ich muss sagen, ich habe es ja gesagt, ich wünsche mir, dass der andere da hinfährt und ganz klar zeigt, wir wollen hier gewinnen. Deswegen gehe ich, nehme ich in meiner Aufstellung einen von den Absicherungssächsern raus. Das heißt, Fernandes oder Kor, das ist mir sogar fast egal, weil die für mich beide Pro und Kontras haben. Also Fernandes ist für mich mehr so der Typ Organisator, der aber auch zweikampfstark ist, der kann aber genauso wenig kicken wie Kor. Kor ist für mich aber eher noch so ein bisschen, ja noch ein bisschen griffiger, muss ich sagen. Also der ist ein noch enger Mann, der nervt die Leute noch mehr. Der hat noch so ein Stück weit mehr diese Assi-Mentalität, würde ich mal sagen. Da könnte sogar eigentlich dieses Spiel für Kor eher reden. Also Kor ist, glaube ich, jemand, der galt sich dann an so einer Atmosphäre auf. Also ich glaube, für mich wäre Kor der Sechser, also beziehungsweise Kor würde neben Sobermi spielen und davor Kamala und dann rechts Durm und vorne, dann können wir gleich drüber reden. Aber das ist so dieses Ding, weil ich sehe nicht ein, dass die Eintracht so tut, als wenn man von Union Berlin Angst haben muss, dass man da mit zwei Sechtern absichern muss. Ja, das ist ein guter Punkt. Weiß ich nicht. Also dafür wäre es mir auch zu wichtig, dass Kamala da einfach Löcher reißt, beziehungsweise einfach im Zentrum die Leute auch beschäftigt, dass eben den Landschaften das nicht so einfach gemacht wird, dass sie unsere Außen einfach so stoppen können, wie Kostic zum Beispiel gegen Dortmund. Der hat gegen Dortmund nicht so gut ausgesehen. Was halt auch daran lag, dass dieses Spiel als da war, also die zentralen Mittelfeldspieler von Dortmund konnten sich auch um Kostic kümmern, weil die wussten, das Zentrum können wir vernachlässigen, da passiert eh nichts. Wenn du diesen Aspekt wieder reinbringst, zu sagen, okay, du beschäftigst die Leute mit Kamala, aber der wuselt da die ganze Zeit rum, dann ist auch für Kostic wieder mehr Platz. Ja. Und Union Berlin wird mit eigenem Publikum trotzdem ab und zu probieren, nach vorne zu gehen. Und dann kannst du Situationen haben, wo du Kostic wieder schicken kannst, dann läuft der und dann ist Kamala dabei. Also mein Mittelfeld ist Kor So Kamala. Kor So Kamala. Und drum bin ich auch auf Marvins Seite zu sagen, ganz ehrlich, ich sehe keinen Grund, warum er sich nicht verdient hätte, einfach jetzt nochmal ein Spiel zu machen. Also kann man immer noch ändern, wenn man merkt, es funktioniert nicht und die Rotation wird sowieso kommen, aber ich würde ihn jetzt einfach mal sagen, komm. Ne, finde ich gut. Ist eine offensivere Ausrichtung. Tito ja durchaus gegen Gegner, wie gegen Union auf jeden Fall als Eintracht machen solltest in der jetzigen. Strahlt aber auch ein bisschen gleich breite Brust aus. Ja, klar. Das ist ein gutes Zeichen, dass du mal setzen kannst. Da muss auch nicht mit Demut da jetzt agieren. Nee, warum? Was natürlich eine ganz eigene Dynamik hat auf jeden Fall, aber wenn wir jetzt zeigen, okay, wir sind hier um zu gewinnen, Bäm. Ja, genau so. Und dann jetzt die spannende Frage, wer Bäm im Sturm? Ja, Silber, Silber auf jeden Fall. Ja, den hätte ich auch. Und jetzt bin ich gespannt, wen ihr daneben stellt. Es ist schwierig. Also normalerweise würde ich davon ausgehen zu sagen, lass uns einfach die Patienz der Silber-Variante nochmal weiter ausprobieren, dass die sich noch ein bisschen einspielen. Ich weiß aber genau, so gut kenne ich meinen lieben Freund Basti, dass der eine andere nicht weiß hat. Ich wäre da, glaube ich, dann eher Team Basti in der Situation. Ich will da Silber doch. Erläutern sie. Ich muss auch sagen, ich kann es auch nicht rational begründen. Also ich finde das, ganz ehrlich, nochmal, ich weiß auch, das wiederholt sich wie eine Schallplatte bei mir. Ich genieße es aber so sehr, Leute. Wann hatten wir es das letzte Mal, dass wir, klar hatten wir das mit der Büffel, aber jetzt haben wir wirklich einfach Stürmer, wo wir sagen, der ist eigentlich ganz geil, der ist eigentlich ganz geil, der ist eigentlich ganz geil. Früher hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, wer spielen soll, die sind alle scheiße. Also, dass du so Stürmer auf dem Niveau hast und Joveljic, über den reden wir schon gar nicht mehr, was sehr, sehr gut ist übrigens. Ich will ihn auch jetzt hier gar nicht mehr weiter erwähnen, weil er soll sich in weiteren Ruhe entwickeln, aber den hast du auch noch da. Der war jetzt auch wieder im Kader, alles gut. Toro auch wieder im Kader, übrigens, liebe Grüße. Du hast trotzdem, wenn Marvin mir jetzt sagt, Silber und Paciencia spielen, dann würde ich nie hier sitzen und sagen, na toll, scheiße, sondern das sind Nuancen, die einfach dafür sagen, ich finde, was ich eben über Kor gesagt habe, von der Stimmung her und das zündet ihn an, das sehe ich bei Dost halt. Ich sehe bei Dost, dass der in dieser Atmosphäre Bock hat und was noch dazu kommt, man weiß, dass er wahrscheinlich nur Luft für 60 Minuten hat und für mich ist Paciencia auch ein super, super Joker, weil er lässt sich nicht hängen, wenn er nicht spielt. Er kann dann reinkommen, noch eine halbe Stunde spielen. Für mich wäre es tatsächlich die idealste Variante, ist tatsächlich, man startet mit Dost und Silber, bringt dann irgendwann im Laufe des Spiels die Paciencia. Von mir ist es auch eine Halbzeit, wenn es nicht klappt. Weil es kommt halt drüber an, was Union dir anbietet und Dost, du brauchst bei Dost halt trotzdem, wenn die jetzt das Zentrum komplett dicht machen und du kommst irgendwie nicht dahin und der kommt in keine Schusssituation, dann musst du vielleicht wirklich eine Halbzeit schon wechseln, weil dann kann Paciencia ein bisschen ausweichen, kann die Abwehr ein bisschen aufziehen, um irgendwo Platz zu schaffen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Marvin hat es schon richtig angeteilt, mein Sturm ist auf jeden Fall Dost und Silber. Ich kann es auch verstehen, weil geil ist natürlich, dass Bas Dost irgendjemand ist, der jetzt auf dem Platz dauerhaft unzufrieden wirkt. Du hast immer irgendwie das Gefühl, der hat irgendwas zu Hause vergessen und dann ist er sauer. Sporttasche nur zur Hälfte gepackt, weißt du? Ja, fuck, scheiße, schon wieder, Alter. Du hast das Gefühl, dass er zum Schiedsrichter und zum Spielerkern sagen würde, ja komm, wir spielen das hier schnell zu Ende, ich muss noch wohin, Alter. Ja, genau. Lass das Spiel einfach schnell zu Ende gehen, genau. Das ist aber ganz geil für solche Spiele tatsächlich, weißt du? Also ich kann das absolut nachvollziehen und außerdem darf man auch nicht unterschätzen, der Typ ist halt auch eine krasse Erscheinung, ne? Bas Dost ist auch ein Name, der, glaube ich, auch Union Berlin alleine in Angst und Schrecken versetzen kann. Ja, also ich meine, weißt du, Pacienzer muss sich das erst erarbeiten, der hat bislang eine sehr, sehr gute Saison gespielt, aber wenn du weißt, okay, super, ich habe es jetzt mit Bas Dost zu tun, naja, gut, könnte jetzt auch besser laufen können tatsächlich. Ja, und ich glaube, dass das so ein bisschen, dass das so ein bisschen eine Wirkung hat, weil, ey, also keine Ahnung, Friedrich ist kein schlechter Endverteidiger, der tatsächlich hat auch einen super Vornamen, ja, aber auch die, auch die sind zu knacken tatsächlich, ja, ich meine, und meine Güte, wenn dann Bas Dost sich ja auch durch, ja, hasst ein Stück weit, ja, dann ist das schon schwierig, also ich glaube, da wird zur Union vor echt Probleme gestellt und insofern, ich kann die Alternative verstehen, die Brutalisierungsvariante, um es mal so zu sagen, um in meinen Worten zu bleiben. Ja, wie gesagt, aber es gibt natürlich auch gute Argumente für die Patience, die, wie du schon gesagt hast, ich habe den gegen Dortmund auch nicht so schlecht gesehen, aber auch nicht so gut, aber, ja, nicht so gut, nicht so gut, ja, das war so eine, was ich bei ihm sagen muss, ich kann ihn immer noch nicht greifen, also es ist so, das ist schwierig, der fasziniert mich irgendwie, ich weiß nicht, manchmal wirkt der eiskalt vom Tor, dann, für mich ist er ein überragender Kopfballspieler, der eine sehr, sehr, ja, unike Kopfballtechnik hat, du hast das Gefühl, der köpft meistens erst, wenn er schon wieder am Landen ist, anders als andere, die sich da reinschrauben, ist er eher so ein Typ, der steht dann kurz und guckt, also der überlegt irgendwie, während dem Kopfball sogar tatsächlich, andererseits hat er eine bessere Technik, als man von seiner Körpergröße sagen kann, trifft aber auch oft merkwürdige Entscheidungen, also es ist so, ich kann ihn noch gar nicht kategorisieren, finde ich, ich finde trotzdem ein spannender Typ, aber wie gesagt, der Kicker für Doss war für mich ja tatsächlich die Atmosphäre, ich habe, ich habe das Gefühl, dass der Bock hat und der wird, das ist glaube ich auch so ein Assi, wenn der ein Tor auf die Gegnerkurve schießt, dann läuft er da zu Eckfahren und hält sich so ans Ohr, so was los, also er schreit ruhig, und ich glaube auch, ich glaube auch, dass Bass doch so echt ein guter Gegner für Kevin Schlotterbeck ist, ja, da er zuletzt auch eine Innenverteidigung gespielt hat, der wird ihm mal zeigen, was die Bundesliga eigentlich bedeutet, finde ich, kann man auch so ein bisschen, ein bisschen weghassen so, muss man auch machen, finde ich. Er kann halt auch so, der kann dir glaube ich auch so ein Tor schießen, was vielleicht gar nicht so eine krasse Chance dann war, also dann hat er einmal den Ball und zack, ist ein Tor, so wie in Düsseldorf, ja, genau, da kommt einmal das Ball rein, zack, Tor und dann weiß Union Berlin gar nicht, warum, so, also der kann, das ist für mich auch so ein Stürmer, der so Spielverläufe auf den Kopf stellen kann, weil, ja, der kann halt aus merkwürdigen keine Situation wahrscheinlich treffen, aber gut, das ist auch von uns alles so eine Spekulation, was wir auf jeden Fall festhalten können, es wird kein schlechter Sturm in Berlin auflaufen, egal wer spielt. Definitiv nicht. Was ist denn euer Ergebnistipp? 4-2. Für die andere. Sagt ja. Ist solide, ja. Was habe ich da reingeschrieben, 3-1, oder? Du hast einen 3-1 da reingeschrieben, dann bleibe ich. Ja, ich glaube diesmal tatsächlich ohne Gegentor und sage 3-0. Also 0-3, wenn man es... Also da, Kevin Trapp gibt dir gerne die Hand, ja, also ich glaube, da wird er sich am meisten drauf freuen, aber ich denke, beides, oder alle drei Ergebnisse sprechen ja auf alle Fülle für uns und wenn es ein paar mehr Tore gibt für die Eintracht, ist das auch gut, aber ein Sieg wäre natürlich eine geile Nummer, weil dann kannst du sagen, ey, richtig gut die Saison eigentlich gestartet, ja. Und ich glaube, das hätte sich die Eintracht verdient. Definitiv hat sie das. So, dann kommen wir jetzt zu unseren neuen Kategorien und müssen mal gucken, was machen denn eigentlich ehemalige Spieler von uns? Du musst erst mal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Ach, dieser Jingle, ich finde ihn immer noch großartig. Unser Spielerbeauftragter diese Woche ist der Herr Marvin. Ich bin mal gespannt, was der Marvin an Spieler rausgesucht hat. Gib uns doch mal ein paar Tipps, Marvin. Ja, er kommt aus dem deutschen Ehringshausen. So, das ist der erste Tipp. What? Klingt nicht. Nein, stimmt nicht. Er hat unter anderem bei Waldgirmes gespielt und ist dann zur zweiten Mannschaft der Frankfurter Eintracht gewechselt. Waldgirmes. Wo zum Henker ist Waldgirmes? Das ist nicht weit, das ist nicht weit. Ernsthaft? Natürlich. Ja, das ist also im Amateurfußballbereich auf jeden Fall kein unbekannter Name. Okay, ich sollte mich mehr mit Amateurfußball beschäftigen. Okay, bringt euch aber immer noch nicht weiter, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das Gefühl ist richtig. Ich kann es ja zeitlich einordnen, es war die Zeit, in der auch Francisco Copado bei uns gespielt hat. Bringt immer noch niemand weiter. Nee, ich stehe total auf dem Schlauch. Okay. Ich habe einen Verdacht, aber weiß nicht, das kann jetzt auch komplett falsch sein. Kennt ihr das? Wenn man gar nicht einschätzen kann, was man in einem Jahr war und dann bist du irgendwie fünf Jahre auseinander. Ja, 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 definitiv. Aber du kannst ihn ja äußern, tatsächlich. Ich muss an Dominik Strohengel denken, muss ich sagen, aber es kann auch sein, dass der komplett zu einer anderen Zeit dabei liegt. Absolut richtig. Dominik Strohengel, um diesen Spieler geht es heute. Sehr gut. Guck an. Okay. Super geil. Ich wäre jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Ich würde solche sagen, warum ich drauf gekommen bin. Als sie über Waldgames geredet, habe ich gesagt, okay, das muss eine Graupe gewesen sein, weil der von Waldgames zu Eintracht 2. Das ist mir unweigerlich eher eingefallen. Auch eine schöne Grüße. Ist ein bisschen fies, weil ganz so schlecht war er tatsächlich gar nicht. Aber natürlich, er ist zu Eintracht 2 gewechselt. Das heißt auch gleich bedeutend, dass er natürlich nicht in der Profimannschaft gestartet ist, hat aber in der Zweitmannschaft der Frankfurter Eintracht wirklich mehrere Tore tatsächlich geschossen, muss man sagen. Und man hat dann auch immer schon gedacht, okay, naja, wie sieht es denn aus? Wird das mal was? Gibt es da vielleicht mal so ein bisschen die Möglichkeit ranzurutschen? Da waren wir ja gerade in der ersten Liga und da hatten wir mit Alex Mayer schon jemand, der einigermaßen ja ein Prospekt war und eigentlich schon ein paar Tore gemacht hat und dann ganz weit vorne waren Amalatidis und selbst ein Ari van Lent war noch da. Also das waren alles Stürmer, die vor ihm waren. Deswegen hat er es dementsprechend schwer gehabt. Ist dann auch nicht großartig bei der Eintracht erfolgreich gewesen, wie gesagt, bei der zweiten Mannschaft total oft genetzt und dann ging aber eigentlich ein wilder Ritt los, kann man sagen. Ist ein paar Jahre beim SVB geblieben, SVB in Wiesbaden, hat auch ein Stück weit die Zweitliga-Zeit dort mitgemacht, dann mal zwischendurch Babelsberg und dann seine Zeiten, in der wir ihn dann nochmal ein Stück weit kennengelernt haben. Und zwar ist er dann zum SV Darmstadt 98 gegangen und hat dort, muss man ja sagen, eine relativ gute Karriere hingelegt. ich müsste jetzt mal ganz genau nachgucken, wie viele Tore er dort geschossen hat, aber das war echt eine Quote, die sich sehen lassen konnte. Hier, guck mal, in 98 Spielen 42 Tore, also in jedem zweiten Spiel mehr oder weniger genetzt, dazu noch 15 Assists, das ist schon eine richtig krasse Nummer. Er hat auf jeden Fall einen Torriecher gehabt, das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Wirklich viel erfolgreicher ging es dann aber jetzt nicht weiter, ist schon ein bisschen älter. Interessant ist aber, dass er immer noch Fußball spielt, er hat ja bis zum Jahr 2017 sogar noch in Darmstadt gespielt, der Junge ist erst 33 und wenn ich mir überlege, wo war der denn jetzt die ganze Zeit? Der war dann beim KSC und ist jetzt in Unterhaching. Genau und ist jetzt in Unterhaching. Wie lange war der denn im KSC noch? Ja, es war zwei Jahre beim KSC tatsächlich. Ja, zwei Jahre. Genau, war zwei Jahre beim KSC. Das letzte Jahr war der beim KSC dann oder? Genau, bis Ende der Saison 18, 19, wenn ich das hier richtig lese, und ist Anfang dieser Saison gewechselt zur Spielvereinigung Unterhaching. Ganz ehrlich, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Also Karlsruhe in Unterhaching ist doch zumindest hier auch in der dritten Liga, Karlsruhe ist ja auch aufgestiegen dann. Genau und ganz weirde Kiste, ich meine halt beim KSC ja sogar insgesamt 34, Spiele gemacht, aber halt da ist der Torriecher komplett abhandengekommen, nur noch zwei Tore erzielt, war halt aber auch jetzt kein absoluter Stammspieler, aber das Interessante ist, seitdem er jetzt wieder in Unterhaching ist, ist der Strohengel on fire, kann man sagen, hat schon wieder in fünf Spielen zwei Tore gemacht und einen wunderbaren bayerischen Totopokal. Totopokal, großartig. sogar schon fünf Tore. In drei Spielen, ja. Da muss man sagen, auch ein etwas älterer Strohengel trifft noch das Tor, ich sage Respekt auf jeden Fall und er ist immer noch ein fester Bestandteil eines Profiteams in der dritten Liga, mit 33 Jahren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Strohengel mittlerweile schon viel älter ist, muss aber sagen, dass er mir letztens mal untergekommen ist, wo ich gesagt habe, ach guck mal hier, der spielt noch Fußball, oh der ist gar nicht so alt. Also manchmal überrascht es mich, aber er ist mittlerweile ein fester Teil, der Doppel-6, die unter Rang spielt. Was, Doppel-6 spielt er jetzt? Nein, nein, also nee, nee, also nee, nee, also sie spielen mit Doppel-6, aber im 4-4-2-System und er ist da vorne, das wollte ich sagen. Ach so, das hätte mich jetzt komplett überfordert. Also das heißt tatsächlich, um das zusammenzufassen, der weinende Aufstiegsmannschaft vom KSC war der drin. Richtig, ja. Aber hat halt kaum gespielt. Ich hätte mich auch jetzt gedacht, ich hätte jetzt, was ich bei ihm gedacht hätte, dass, ja, der ist jetzt, weiß ich nicht, der trainiert hier irgendwo in Frankfurt der 5. Liga, so ein Team halt. Nee. Ich dachte, der ist schon 42 oder so. Der hat noch tatsächlich einen Vertrag bis zum 30.06.2021 in Unterhachings. Was? Also ich muss sagen, das überrascht mich massiv. Ja. Wie gesagt, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm war, den Jungen. Und ich war auch, wie gesagt, total überrascht, dass er erst 33 ist. Ich habe eigentlich gedacht, er ist viel, viel älter. Aber, er hat eine, wie soll ich sagen, Profikarriere hingegelegt. Also nicht die erfolgreichste, aber durchaus eine, die ihn lange in den Ligen gehalten hat, auch im Profifußball. Und seine Quote kann sich sehen lassen. Ja, das finde ich auch krass. Also das ist wirklich, das sind so respektable Karrieren, weißt du, die holen das Maximum aus ihren Fähigkeiten raus. Das finde ich echt gut. Auf jeden Fall. Ist schon krass. Also schon krass. Also aus Weltgames kommen auch gescheite Sachen. Tatsächlich. Sehr schön. Tatsächlich, wenn wir aber schon bei dieser Zeit sind, habe ich natürlich auch noch geguckt, was Francisco Corpado so macht. Und Francisco Corpado, der eine oder andere, mag ich mich erinnern, das war irgendwie so ein Spieler, bei dem ich das Gefühl hatte, geil, die Eintracht hat Francisco Corpado geholt. Irgendwie fand ich den so der Zeit. Geiler Kicker, so ein geiler Spielmacher. Auf jeden Fall. Also der kam ja von Unterhagen, deswegen auch wieder hier diese Situation Unterhagen. Aber irgendwie hat das gar nicht so richtig funktioniert. War ein Spieler, der bei der Eintracht irgendwie hätte durchstarten können, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie, ich glaube mit Funkel hat es damals auch nicht gestimmt. Da gab es massive Unstimmigkeiten. Es gab ja auch, glaube ich, auch, ich weiß auch nicht, ob er in der Offensive auch mit Amonatidis und Meier nicht so klarkam. Auf jeden Fall hat das überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist er ja zu Hoffenheim gewechselt für ein Appel und ein Ei und hat bei denen aber noch gut gespielt. Irgendwie echt schade, weil ich eigentlich gehofft habe, dass Copado eine richtig geile Nummer bei uns wird. Ja, ich mag, ich finde Spürertyp Copado eigentlich auch geil. Das war so ein geiler Schnicker eigentlich. Hat der nicht was mit Braco zu tun auch? Erschrocken, erschrocken war ich, als ich mitbekommen habe, dass er der Schwager von Hasan Saliham. Ja, genau. Und der, stimmt. Und, ja, also insofern ist der Onkel von Nikas Salihamitsitsch tatsächlich, ja. Also insofern, schwierig. Naja. Aber jetzt bin ich fertig. Faszinierend. Ja, danke für diesen Spieler. Ich verlinke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal das Profil bei Transfermarkt.de, dann könnt ihr dann nochmal ein bisschen durchklicken. Strohengel. So. Ich sah auch aus wie kein Fußballer tatsächlich. Nee, so ein Schlags. Wie so ein, ja genau, 1,97 groß, ne, langer Schlags. Im Kopfball hat er irgendwann zur richtigen Zeit hingehalten. Aber ich meine, der hat schon eigentlich dann ordentlich was mitgemacht. Ich glaube, Strohengel war doch auch bei der Zeit dabei, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also schon, also diese erfolgreiche Darmstadt-Zeit, da hat er schon echt massiv mitgewirkt. Ist schon nicht so, hätte schlimmer sein können fehlen. Das hätte schlimmer sein können. Genau. So, und dann gucken wir jetzt nochmal, was vor 20 Jahren so passiert ist. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss. Beitrag Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus! So, und dann müssen wir sprechen über den fünften Spieltag der Saison 99-2000. Das Spiel fand an einem Samstag statt und wir haben zu Hause gespielt und hatten den zweiten Münchner Verein zu Gast, nämlich den FC Bayern München und ich habe an dieses Spiel ganz, ganz schwierige erinnern. Ich war im Stadion tatsächlich. Ich war tatsächlich auch im Stadion. Das war grauenhaft. Es war grauenhaft. Ich habe im letzten Moment noch tatsächlich Karten für dieses Spiel bekommen. Unterrang Haupttribüne. Ich habe eine Schweinekohle für dieses Spiel hingelatzt, habe quasi mein erstes Azubi-Gehalt mehr oder weniger in zwei Eintrittskarten für dieses Spiel gesteckt und das, was man da sehen konnte, war verstörend, würde ich es mal nennen. Wenn ich mich recht erinnere, war das doch das Spiel, wo Sammy Kufu Oliver Kahn ausgenockt hat, oder? Richtig. Und dann hat sich der Ersatz-Tor-Hüter, wo ich gerade versuche, den Namen rauszufinden, auch verletzt und dann stand am Ende Michael Tarnath im Tor. Wie ich dieses Spiel gehasst habe. Genau, jetzt darauf habe ich gewartet. Da ist Tarnath im Tor und da macht Bayern sogar noch ein Tor. Ja, genau. Kufu in der 80. Minute Vorlage Effenberg. Das war ein ganz beschissener Moment, da kann ich mich noch dran erinnern. Das haben wir geguckt. Ich glaube, kann es sein sogar, dass es bei Sat.1 lief oder irgendetwas. Ich weiß nicht mehr so die Übertragungsrechte. Aber es war so beschissen. Ich weiß noch, wir haben das auf einem Geburtstag von einem Kollegen geguckt. Und dann irgendwie, naja, gut, gucken wir Eintracht, weil da waren wir schon so sozialisiert und hatten auch Bock. Und dann, das war, glaube ich, ein echt beschissener Geburtstag für ihn. Da haben wir uns alle Pizza bestellt und so. Ja, aber am Ende hat auch niemand mehr Bock gehabt, irgendwas zu machen. Weil dann denkst du, okay, jetzt hat die Eintracht doch alles auf dem Silbertablett geserviert bekommen. Und dann kriegen die es gegen Tarnath. Es steht unentschieden und Tarnath ist im Tor. Fahr dir jetzt rein, stehst du auf der Tribüne und denkst, okay, geil, 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 geil. Und dann spielst du nicht mal mit dem Unentschieden, sondern verlierst sogar noch. Das war echt heftig, weil das war auch wirklich ein Spiel mit allen Emotionen drin. War das nicht sogar so, dass es zu dem Zeitpunkt, als Tarnath ins Tor kam, nicht unentschieden stand, sondern das Unentschieden tatsächlich auch erst später gefallen ist? Ich weiß gar nicht mehr, wann der Zeitpunkt zur Auswechslung war. Das schaue ich mal. Also mein Kindergedächtnis sagt mir, dass das Unentschieden stand und die Eintracht hätte noch gewinnen können mit Tarnath im Tor. Also wenn ich jetzt, warte mal, also wie warst du in der Saison? Weiß es noch? Warte mal, Eintracht, Frankfurt. Ich gucke gerade, wann waren die Wechsel? Gucken jetzt mal die Kuhl. Ich habe tatsächlich gedacht, ich gucke mir ja mal. Ja, Stopp stand 1-1, das war kurz vorher. In der 60. ist das Tor gefallen, glaube ich, und kurz danach war dann dieser Wechsel Tarnath-Dreher. Hatten wir nicht auch noch einen Elfmeter? Warte mal, ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Hatten wir einen Elfmeter? Warte mal, weil ich habe nämlich tatsächlich letzte Woche gedacht, ach guck mal, auf das Spiel brauchst du dich zum, das brauchst du nicht nachlesen zum ersten Mal, weil da reinten du dich sowieso dran mit Tarnath, diese ganze Sache. Jetzt kriege ich es aber doch nicht mehr zusammen, weil da war noch irgendwas, über das ich mich aufgeregt habe. Hat die Eintracht nicht auch einen Elfmeter verschossen? Warte mal, ganz gut. Spielplan. Gucken wir uns das Spiel mal an. Eintracht-Bernden-Vos. Hallo Elber-Kofur-Spielberichter. Schiedsrichter Bernd Heinemann. Ja doch, verschoss Elfmeter für heute auf eine 52. Minute, da kommt es nämlich. Das heißt nämlich, die Eintracht führt 1-0, hat in der 52. Minute einen Elfmeter. Ja stimmt, das war das Ding. Dann kam die rote Karte, äh ne, dann kam der Ausgleich, dann die rote Karte und du hast dann wirklich noch Tarnath und dort denkst, okay jetzt kannst du, du hast zweimal quasi, also ich meine, wenn Tarnath im Tor ist, ist es ja auch wie ein Elfmeter. Ja, ist richtig. Irgendwie wirst du es schon hinkriegen. Boah, das, das war echt schwer zu verkraften damals, muss ich sagen. Ja. Geile Mannschaft bei Bayern auch. Guck mal, können wir mal gucken, was die Bayern-Spieler heute so machen. Oliver Kahn, wissen wir Bescheid. Samy Kufo, weiß ich nicht. Schick mal Link. Carsten Link, warte, Carsten, ich schick dir mal nochmal. Carsten Janker, was macht denn Carsten Janker heute? Boah, der war zuletzt, ich weiß nicht, was er zuletzt gemacht hat, der war ja zwischenzeitlich relativ lang in Mattersburg unterwegs, war ja damals 2009. Spiele, genau, als Spieler, dann war er später auch Trainer, Carsten Janker dürfte irgendwo in den österreichischen Gefilden noch Trainer sein, tatsächlich, aber irgendwie war das auch ein Typ, bei dem ich nie genau wusste, wie er es geschafft hat, Fußballer zu werden. Der ist ja auch so für mich, der hätte auch, ich sage mal, das ist nicht böse gemeint, aber er hätte theoretisch auch irgendwo im Osten irgendwo Schläger sein können und du hättest nichts. Aber guck mal hier, der ist ja Trainer in Mannsdorf, also in, ja, ist schön, in der Regionalliga Ost in Österreich. Na also, wenn das mal nichts ist, tatsächlich. Ach ja, kommt ja auch, das muss man sich nicht mehr. Ja doch, das muss ich schon. Lisa Rasu, Effenberg, Thorsten Fink, Strunz, Wiesinger, Elber, Janker, Salja Micic, krass. Ja, krass, hat er sogar einen guten Punkteschnitt als Trainer, tatsächlich. Naja, aber es war ganz lustig, weil der, als er noch in Mattesburg war, da hätte der Dennis jetzt eine Geschichte erzählen können, weil der Carsten Janker, der Dennis hat ja ganz gute Business-Kontakte nach Mattesburg und ich weiß noch, der Dennis hat mal eine Geschichte erzählt, der war dann irgendwann mal dort und hat sich ein Spiel angeguckt und dann, musste jeder Spieler den Leuten im VIP-Bereich die Hände gegeben und dann hat der Carsten Janker den Dennis auch die Hände gegeben. Musste, das auch gehen. Musste, ja, genau. Willst du jetzt auch gehen? Ja, genau. Stell dich nicht so an, schon wieder verloren. Musst du ja. Genau. Naja. Okay, mal gucken, wen haben wir da noch? Danke, Bas, für den Link. Mal gucken. Lisa Rasu, was macht der Lisa Rasu? Wiesinger, oh Gott, wie ich diesen Typen gehasst habe. meine Fresse, Michael Wiesinger, du bist auch ein Unsympath. Ja, spannend tatsächlich. Also Wiesinger hat es ja sogar einigermaßen noch geschafft, als Trainer zumindest rudimentär erfolgreich zu sein, wobei jetzt nach dem letzten Abenteuer in Oeddingen ist auch nichts mehr draus geworden. War ja mal eine Zeit lang Nürnberg-Trainer und Ingolstadt. Ja, genau, das sind also diese Stationen, die man noch kennt von ihm. Aber gut, so einen richtig langen Erfolg. Man muss aber jetzt mal tatsächlich bei aller Ablehnung festhalten, die Bayern-Spieler haben nach der Karriere tatsächlich mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als die anderen Spieler haben, muss man schon so sagen. Aufmerksamkeit auf alle Fälle. Wer ist denn jetzt der erfolgreichste Trainer gewesen von denen tatsächlich? Gut, Effenberg kann man nicht sagen, Strunz auch nicht, Salihamitsch ist auf jeden Fall relativ erfolgreich. Effenberg bleibt auch immer mit diversen Geschichten en vogue, will ich meinen. Ja, Lisa Razou, was macht der denn? Der müsste irgendwas, der war doch schlau. War der nicht irgendwo Co-Trainer? Kann sein. Ich meine ja. War der nicht Nationalmannschaft sogar? Ich bin mir nicht sicher. Geschichten ist jetzt Klubrepräsentant des FC Bayern. Oh ja, gut. Okay, was hat er vorhin gemacht? Davor war er Investor und Mäzen bei Croix de Savoie. Hat der nicht irgendwann mal irgendwo, ich habe gedacht, ich hätte immer gedacht, der hätte irgendwie mal, ist der nicht irgendwann mal aufgetaucht als Trainer oder Co-Trainer oder Interimstrainer bei irgendwas, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der war mal irgendwo Interimstrainer, meine ich mich erinnern zu können. Ja, ich auch. Irgendwie merkwürdig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das auch so ein Fußballprofessor oder irgendwie so ein cooler Typ ist. Also ich hätte gedacht, dass das, der könnte, ich hätte bei dem gedacht, der kann Nationaltrainer werden. Also so ein typischer Frankreich-Trainer wie Deschamps und so. Ich gucke jetzt mal, wo der irgendwo aufgetaucht ist. wie schön, das lieber war so. Wurde nach seiner Profikarriere Co-Moderator beim französischen Fernsehsender. Neben Champions-Spiegern kommentiert er auch Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaften 2010, 2014. Naja, also lässt mich Zweifel zurück tatsächlich. Übrigens, mein Lieblingsspieler, wenn wir jetzt schon hier uns die Bayern-Spieler ein Stück weit angucken, fand Sammy Kufu immer geil. Irgendwie ein geiler Typ gewesen tatsächlich. Aha, er hat sich 2008 mit seinen ehemaligen Teamkameraden aus Bordeaux Alain Bocasian, keine Ahnung, und sie dann das Team Olympique Croque de Savoie gekauft. Also die haben sich einen Fußballverein gekauft, 2008. Ich vermute mal, dass er da dann irgendwie unterwegs war als vielleicht Co-Trainer oder irgendwas. Ja, ich habe mich auch verwechselt einfach. Naja. Ist aber auch schon irgendwie krass, wenn du dann genug Kohle hast, um dir einen Fußballverein zu kaufen. Ganz ehrlich, das ist doch das Geilste. Das Geilste ist doch, was Beckham jetzt macht einfach. David Beckham lebt einfach zum Traum. Was macht er aktuell? Der baut jetzt einfach in Miami, gibt wahrscheinlich eine der geilsten Städte überhaupt. Baut einfach ein neues Fußballteam auf mit seinen Buddies. Geil. Hat einfach Bock drauf. Keine Obersachen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich das Geilste aller Zeit. Also solange du es halt auch wirklich machst, um das irgendwie ernsthaft zu machen und nicht einfach nur irgendwie für so einen symbolischen Euro oder irgendwas, so einen Verein kaufst, einfach nur, um das Ding auszuschlachten, ist das ja alles gut. Nö, da baut es dann, das ist ein neues Team. Also da hat keins gekauft, da hat es einfach ein neues gekauft. Ja, warum auch nicht? In Miami. Naja. In den USA geht das halt auch mal, ne? Da funktioniert das. Gut. Aber gut, aus Thorsten kracht das leider keine berühmte Trainerkarriere. Nee, nicht so richtig. Das gedacht, liebe Mann. So große Hoffnungen, Trainer Deutschland hat große Hoffnungen getroffen. Aber wir hatten das ja vor einigen Folgen nochmal, der Junge ist ja mittlerweile guter Finanzberater, also im Management von Insta und Real Estate. Klingt auf jeden Fall hochprofessionell. Aber ich glaube, wir können rückwirkend bezogen auf das Spiel festhalten, das war nicht unser glücklichstes Spiel, was wir leistet haben. Nee, aber eins, was tatsächlich über die Jahre in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ja. Und das nicht, leider nicht zum Positiven. Am Ende des Spieltags waren die Bayern dann auch dank unserer Hilfe auf Platz 4 ein Punkt hinter dem aktuellen Tabellenführer zur damaligen Zeit Leverkusen und wir sind runtergerutscht auf Platz 7 mit ebenfalls 7 Punkten nach 5 Spielen und durften uns dann vorbereiten auf den sechsten Spieltag, den wir nächste Woche in Gänze besprechen werden. Aber wir können schon sagen, gegen wen wir antreten werden und der eine oder andere wird eine ähnliche Paarung in dieser Folge schon mal gehört haben und zwar ging es am sechsten Spieltag der Saison 99-2000 gegen die Borussia aus Dortmund allerdings in Dortmund und wie das Spiel ausging und was uns da noch in Erinnerung geblieben ist, das besprechen wir in der nächsten Folge. Right. Und jetzt haben wir vielleicht eine kleine gute Tat, wir haben eine geschickt bekommen und ich habe mich der angeschlossen, aber erstmal kommt hier der Jingle. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause und unserer Familie in unserem Umfeld im Berufsleben damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm gehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, wir haben eine gute Tat der Woche. Es ist vielleicht eine kleine gute Tat der Woche, aber es ist eine erwähnenswerte gute Tat der Woche. Basti hat es für ihn schon angedeutet, der Herr Marco Reus hat ein Problem mit dem Thema Mentalität und als er nach dem Spiel in diesem On-Field-Interview gefragt worden ist, ob das unentschieden daran lag, dass der BVB ein Mentalitätsproblem hat, ist er mal kurz sehr deutlich geworden, dass man ihm doch bitte mit solchen Scheißfragen nicht auf den Keks gehen soll. Fand ich gut, da mal auch klare Kante zu zeigen und zu sagen, also ihr müsst auch nicht jeden Dummbatz dahin stellen und nicht jede saudämliche Frage stellen, nur um mir dieses Mikro unter die Nase zu halten, fand ich gut und sollte es vielleicht auch in Verbindung mit Sky des Öfteren mal geben, einfach um den klar zu machen, wenn ihr ein vernünftiges Produkt abliefern wollt für viel Geld, dann macht es doch auch bitte und nicht irgendwie hier so Alibi-Geschichten. Deswegen aus meiner Sicht eine gute Tat der Wochen. Alles, was gegen Ecki Häuser geht, ist eine gute Tat. Auch das. Ich bewundere das tatsächlich, also gute Fußballer werden ja auch geschult, aber ich weiß nicht, wenn ich irgendwie ein Spiel hätte, wo ich dann irgendwie 90 Minuten rumrenne und dann habe ich im Spiel noch, keine Ahnung, mich mit meinem Gegenspieler angelegt, der Schiedsrichter hat irgendwie was Schleise gemacht. Dann komme ich völlig fertig vor so eine Kamera und dann steht dieser Schmierlappen da und stellt mir auch so eine Frage, wo ich genau weiß, der will jetzt irgendwas aus mir rauskriegen, was er mir danach um die Ohren hauen kann. Das ist das Einzige, was er machen will. Der will ja tatsächlich nur, der wollte ja genau das, so viel weiß ja Jackpot, was da passiert ist dann. Genau das will der ja. Ich weiß nicht, ob ich das so gut an mir halten könnte. Es ist halt wieder irgendwas zitierfähiges, was du relativ schnell in so einer einzelnen kurz gefassten Überschrift irgendwie verpacken kannst. Von daher ist das für die wahrscheinlich gut. Ich bewundere da sowieso die viele Fußballer, die es tatsächlich schaffen, da irgendwie an sich zu halten. Weil ich glaube, mir würde es da ähnlich gehen wie dir, wenn du sowieso gerade irgendwie total vollgestopft bist mit ganz viel Energie und dann kriegst du irgendeine dämliche Frage. Ich glaube, da hätte ich dem einen oder anderen sein Mikro irgendwie um die Ohren gehauen. Naja. Von daher. Ist jetzt nicht die beste Tat der Woche. Wir haben eigentlich wichtigere Sachen wie in dieser Es heißt ja auch nicht die beste Tat der Woche, sondern es heißt die gute Tat der Woche. Und gut war's. Sehr gut. Feinheiten, lieber Basti. Feinheiten. Ja. Dann lasst uns doch weitermachen mit den Empfehlungen, weil da haben wir noch was für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber erst mal brauchen wir auch da den Jingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Da habe ich ja sogar was. Den Herrn Dennis müssen wir jetzt diese Woche aus dieser Geschichte rausstreichen. Das heißt, es wird auch keine Öko-Tipps geben, weil der Herr Dennis Fried noch auf der bundesdeutschen Autobahn damit beschäftigt war, CO2 in die Luft zu pusten. Deswegen konnte er nicht rechtzeitig zur Aufnahme da sein. Oha. Du weißt ja nicht, ob er ein Elektroauto hat mittlerweile. Äh, das ist richtig, aber ich glaube, nein. Das ist jetzt einfach mal so eine Theorie. Genau, von daher keine Öko-Tipps, keine Empfehlungen von Dennis, die holen wir dann in der nächsten Woche nach. Aber der Marvin hat was, ich hab was und der Basti hat was und der Marvin darf anfangen. Und zwar kann ich euch empfehlen, liebe Leute, wenn ihr jetzt am Wochenende nicht zu Hause sein solltet, also, nee, zu Hause sein solltet und nicht mit Basti und Co. in Berlin rumtourt, ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, bei dem Derby vorbeizuschauen, FSV Frankfurt, Kickers Offenbach, da geht's rund am Sonntag tatsächlich, um 14 Uhr im FSV-Stadion. Wer das FSV-Stadion kennt, der weiß, da gibt's immer noch das eine oder andere Plätzchen, also, man kann auch jetzt schon Karten kaufen oder man kommt spontan, den anderen Platz gibt's auf jeden Fall. Aber das ist mal ein schönes Derby, auf das man definitiv Bock haben kann. Sehr schön. Werden wir verlinken. Weg kennt ihr und ansonsten, wenn ihr Orientierungshilfe braucht, fragt ihr den Herrn Marvin. Es ist ja auch eine spannende Zeit, tatsächlich. Also, ich meine, wir haben jetzt in der Regionalliga Südwest gesehen, wie gut man sich durchsetzen kann, wenn man erst mal aufgestiegen ist. Also, wir haben ja zuletzt gegen Mannheim auch gespielt, den Pokal, die haben jetzt eine ganz ordentliche Runde. In der Regionalliga Südwest sieht's momentan alles so ein bisschen danach aus, als würde Saarbrücken versuchen aufzusteigen, beziehungsweise, dass der Aufstieg vielleicht sogar gelingt, wenn da Steinbach nicht noch irgendwie ein bisschen reingrägt. Offenbach ist schon ein paar Punkte zurück tatsächlich, aber wer weiß, wozu die Punkte gut sind, wenn die jetzt nochmal angreifen und den FSV besiegen sind, haben sie auch 20. Wenn die einen oder anderen da vorne schwächeln, kann's nochmal passieren, dass man ranrutscht. Aber immerhin ist es so, dass aktuell kann ja noch der Erste aufsteigen. Das ist eine ganz gute Sache und wie wir von FSV Frankfurt kennen, für die geht's halt natürlich auch ein Stück weit gegen den Abstieg. Soviel dazu. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich hab auch eine Empfehlung, ihr wisst, es ist wieder diese Jahreszeit, wo Basti und ich uns nicht so ganz einig werden, was das favorisierte Fußball-Entertainment-Spiel auf Konsole oder PC ist. Ich gehöre zum Lager FIFA. Heute ist der 24. Ist Tag der Aufnahme. Heute war der tatsächliche Vorbesteller-Release von FIFA 20. Ich hab's schon mal so ein bisschen angespielt. Es ist wahrscheinlich eher archädisch als jetzt tatsächlich realistisch. Mir liegt's sehr. Ich find, da sind wieder ein paar Verbesserungen drin. Da sind natürlich auch wieder so ein paar Verschlechterungen drin. Sämtliche Torhüter in FIFA sind momentan eher so im Trap-Style unterwegs und wehren alle Bälle nach vorne ab, was irgendwie zu sehr vielen Toren in Spielen führt, was nicht immer so ganz optimal ist, aber ansonsten ein schönes Spiel und daher meine Empfehlung FIFA 20 die Woche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Basti dem was entgegenzusetzen hat. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja selber sogar zugegeben, warum, weil es sehr sehr archädig ist und ich hab schon die skurrilsten Videos gesehen, wie unrealistisch das ist. Also ganz ehrlich, wer Bock auf realistischen Fußball hat, der sollte sich Pro Evolution kaufen, Leute. Das ist tatsächlich so. dieses Spiel ist tatsächlich, ich kann sogar verstehen, wenn Leute das nicht wollen, weil ganz ehrlich, wenn ich nicht die Erfahrung aus den Jahren vorher hätte, hätte ich dieses Spiel auch sofort weggefeuert, weil es ist so schwer einfach auch, also zumindest auf den Top-Stufen, weil das tatsächlich so realistisch ist. Das heißt, du kannst nicht irgendwie einfach einen unrealistischen Pass spielen, sondern du musst dich mit dem Gesicht dahin stellen, mit dem starken Fuß. Das muss alles Sinn machen. Das heißt, man muss dieses Spiel, da muss man sich reinarbeiten tatsächlich. Am Anfang macht das gar keinen Spaß, also am Anfang ist der Frustfaktor sehr, sehr hoch. Die ersten drei Tage Pro Evolution machen mich immer fertig, weil du dich mit dem neuen Dings und dann klappt nichts und dann verlierst du den Ball und spielst nur Fehlpässe und was weiß ich was. Du musst dir dann irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen, aber wenn du drin bist, gibt es nichts Geileres, muss ich sagen. Es hat auch noch ein paar Kinderkrankheiten, also ich warte auch auf den ersten Patch, sehnsüchtig, das soll jetzt im Oktober irgendwann kommen, aber man kann es trotzdem schon zocken. Es macht auf jeden Fall Bock, ich bin jetzt im MyClub, habe ich auch einigermaßen gute Spieler. Wenn einer mal Bock hat zu zocken, schreib mir, ich habe mir jetzt tatsächlich auch dieses unsägliche Playstation Plus wieder gekauft, weil man sonst nicht alle Funktionen es nervt halt. Wahnsinn, dass du da auch so ein Zusatzding irgendwie abschließen musst, um das online zu spielen und es ist halt echt, also du kannst ja nicht mal irgendwie gegen Freunde, ich könnte ja noch verstehen, wenn sie sagen würden, wenn du hier was weiß ich random gegen irgendwen in so einem Liga-Konstrukt oder irgendwas spielen willst, aber du kannst ja nicht mal online gegen Freunde zocken. Ja, oder dass man die Möglichkeit hat, nur das online zu spielen. Zu sagen, okay, du kaufst es bei Pro Evolution mit, dass du es online zocken darfst. Du musst es ja aber dann... Das eine ist ja dann wieder quasi der Publisher von dem Game, in dem Fall dann entweder EA oder Konami und das andere ist ja Sony quasi für die Nutzung ihres Dienstes. Das kriegst du ja dann nicht sauber eingepreist, also das machen die ja dann auch nicht. Das könnten die ja machen, zu sagen, ich kauf den Pro Evolution pass, ich will den ganz anderen Rotz da nicht nutzen mit diesen komischen Angeboten. Na egal. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal drei Mal weiter das online zocken. Habe es auch schon gemacht. Muss sagen, die ersten Male war es wirklich erschreckend, dass ich dachte, okay, dieses Spiel fasse ich nie wieder an. War ich sehr, sehr sauer. Ja. Gestern Abend hatte ich aber meinen... Gestern Abend war mein Marseille-Moment. Da habe ich einen sehr großen, mäuligen Berliner mit... Ich glaube, er hat Fenerbahce gespielt und ich habe bei meinem Team gespielt und ich habe mit die Eintracht-Trikots reingeballert und ich habe ihm 5-1 weggerollt und konnte aber immer hören, was er über sein Headset da reingebräut hat. Das hat mich sehr zufrieden zurückgelassen, muss ich sagen. Das sind mir immer die Liebsten, die dann irgendwie in so einem Online-Game da noch ihren Ton anhaben und dann da irgendwie am Rumfluchen sind und überhaupt nicht verstehen, dass man sie hören kann, wo ich mir denke so, Alter, was machst du... Du Missgeburt, hat er gestern die ganze Zeit gesagt. Geil. Da habe ich gesagt, ich konnte ja nicht antworten, ich habe keine Zeit angeschlossen, aber ich fand es sehr, sehr amüsant. Auf jeden Fall habe ich weggeschrotet, habe danach die zwei Spiele auch noch gewonnen, habe so einen kleinen Online-Wettbewerb gewonnen. Ja, bin jetzt auf jeden Fall heiß drauf und was cool ist, liebe Leute, Konami scheint mitbekommen zu haben, dass ich ein großer, großer, großer Verfechter der Pro Evolution-Reihe bin, schon seit Jahren, wie René es gesagt hat, schon seit International Superstars Soccer, was dazu geführt hat, dass sie mir die Möglichkeit geben oder uns hier im Eintracht-Podcast die Möglichkeit geben, dass wir eine Version verlosen, liebe Freunde. Also, kommt auf die gute Seite. Alle, die eine Playstation 4 haben und Bock haben, Pro Evolution zu zocken, können an dem Gewinnspiel teilnehmen und der René sagt, durch wie jedes Gewinn nicht hin. Genau. Und zwar... Papier bereit. Genau. Wir machen ja immer, wenn die Sendung raus ist, schicken wir einen Tweet eben mit dem Hinweis, dass diese Sendung nun vorhanden ist und eure Aufgabe bis zur Sendung in der nächsten Woche. ist es, diesen Tweet einfach zu retweeten. Very easy. Ja. Und dann könnt ihr ein Exemplar des Spiels Pro Evolution 20 gewinnen und entweder euch dann darüber freuen und mit Basti spielen oder ihm nach zwei Wochen erklären, warum FIFA so viel besser ist. Aber das überlasse ich dann euch. Und kleiner Hinweis noch, die Sendung in der nächsten Woche wird wahrscheinlich ein bisschen früher stattfinden. also nicht wie früher mit den Hausaufgaben bis auf den letzten Moment warten, sondern zeitig machen, wenn ihr Bock habt auf das Spiel oder wenn ihr jemanden kennt, der Bock hat auf das Spiel und ihr das für den gewinnen wollt, das ist natürlich auch drin. Ich habe mal eine Frage tatsächlich. Ja, natürlich. Und zwar, what the fuck ist eigentlich los mit dieser Nations League Reform? Ich meine, die UEFA Nations League, das war ja eine schwachsinnige Idee und eigentlich ist die DFB-Nationalmannschaft abgestiegen, aber ganz plötzlich gibt es jetzt irgendwie eine dubiose Reform und jetzt ist die DFB-NF doch nicht abgestiegen. Also was ist denn da eigentlich los? Das ist total wahnsinnig, keine Ahnung. Ich meine, aus sportlicher Sicht einfach abgestiegen, oder? Was? Ja. Also dieser Wettbewerb, der hat uns ja jetzt, ich sage mal so, uns hat der ja sowieso schon von vornherein nicht unbedingt abgeholt, sage ich mal. Das ist freundlich ausgedrückt. Ja. Ist jetzt aber auch nicht so, dass die Freundschaftsspiele voll spannender waren. Also habe ich mir gedacht, mir egal, ist mir egal, wie der Modus von Sachen ist, die ich mir nicht anschaue. Ja. Aber man kriegt das ja trotzdem immer mit, diese dubiosen Sachen da und es gibt jetzt auch eine UEFA Conference League, das ist die Euro League 2 quasi und dann gibt es jetzt, und das war aber, was Marvin gesagt hat, der Höhepunkt. Dann siehst du so, okay, Deutschland steigt ab. Fand man ja irgendwie trotzdem, wenn man ehrlich ist, ein bisschen lustig so auch. Deutschland steigt aus Nations League ab, Absteiger blablabla. Ja und jetzt machen die es einfach irgendwie, für mich auf den ersten Blick grundlos, Reform, wo von 12 auf 16 Mannschaften das irgendwie erhöht wird in der einen Gruppe A, was dazu führt, dass Deutschland doch nicht abgestiegen ist. Und dann frage ich mich, ein Wettbewerb, der sportlich eh schon keinen Wert hat, nochmal so zu verwässern, was ist davon die Steigerung, woran ich als erstes denken muss, Marvin, erinnerst du dich, als David Arquette den WCW-Title gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich dieser Moment, zu denken, okay, jetzt ist es komplett schau. Ja. Also jetzt, was ist das denn? Völlig gaga. Ich hab dann auch eben, als ich das gelesen habe, ich gedacht, was ist denn da los? Könnt ihr euch nicht mal an die Dinge halten, die jetzt irgendwie gerade eingeführt wurden? Die man immer noch nicht verstanden hat, das ist ja, da ist ein Wettbewerb, den hast du noch nicht mal verstanden, dann wird der jetzt schon wieder geändert, das kommt gar nicht mehr hinterher. Ist total an mir vorübergegangen. Ich weiß ja auch gar nicht, was die geändert haben, weil ich ja den Ursprungsmodus gar nicht verstanden habe. Deswegen kann ich die Änderung nicht mal beurteilen. Ich glaube, die haben überall einfach mehr Leute, mehr Teams aufgestockt, einfach vier. Und deswegen, naja, gut, okay, muss ja auch neue dazukommen, da steigen die alle nicht ab, also insofern bleibt es alle so. Und natürlich ist es aber für die auch irgendwo interessant, dass die DFBF natürlich nicht absteigt. Also das heißt, aus diesem kleinen, lustigen Geschmäckle machst du ein großes, größeres, anderes Geschmäckle. Also da wird weiter lauter Schindluder getrieben, was es mir nur noch schwieriger macht, das zu erklären. Aber gut, ich bin, ich freue mich heute, dass das Finale der Hormen 2022 wiederholt wird, wenn da die Eintracht im Pokal, in der Champions League dann endlich den DFC Bayern schlägt. In München, tatsächlich. Weil wir weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das musste auch wieder sein. Ja, das Finale ist wieder in München, habe ich gelesen. Genau. Kommt meiner Meinung nach für die sportliche Entwicklung des FC Bayern zu früh. Tatsächlich. An dieser Stelle, weil wir gerade im Empfehlungssektor sind, empfehle ich euch den Artikel auf Spiegel Online zu Deutschland bleibt Abstieg in Nations League erspart, allein wegen der grandiosen Bildauswahl für das Titelbild dieses Artikels. Großartig. Da gucke ich auch. Zu großartig. Kannst uns mal in die Gruppe schicken vielleicht. Ja, sehr gerne. Aber bitte anschnallen, bevor du dir das anguckst, nicht, dass du lachend vorm Stuhl fällst. Na, jetzt hast du aber die Latte relativ hoch gelegt. Wollte ich gerade sagen, René, sowas macht man nicht. Das ist wie wenn Leute eine Anekdote ankündigen mit hier, du wirst lachen. Jetzt wird es richtig. Lass mich doch selber entscheiden. Es war so lustig. Und dann denkst du, okay, jetzt wird es richtig lustig. Okay, jetzt wird es richtig lustig. Und du so, oh, nee, so lustig war es ja so auch nicht eigentlich. Gut, aber ich lache jetzt mal. Jetzt machen wir ein kleines Verlegenheitlichen, damit ich ihm ein gutes Gefühl geben kann, wenn er mir schon sowas erzählt hat. Ha, ha, ha. Du meinst das Bild von Löw oder was? Ja, ist doch wunderbar. Das sieht merkwürdig aus, da ist recht. Ach Gott, die kleine Grinsebacke. Ja, bei so einem Artikel dieses Bild zu nehmen, wie er dieses komische, dieses komische Grinsen da hat. Also, das ist, äh, Grüße an die Kollegen vom Spiegel. Perfekt. Perfekt. Eigentlich ist ja, oder, du hast ja einfach noch die A-Liege auf 16. Du solltest den nicht lesen. Ich will es verstehen, Alter. Da gibt es nichts zu verstehen. Sie tun Deutschland einen Fall. Dass wir in der Nations League nun doch nicht abgestiegen sind, kommt für mich persönlich überraschend, sagt der Bundesliga. Generell ist es aber natürlich immer gut, sich mit den Stärksten Mannschaften messen zu können und dies wäre in Liga A ja weiterhin der Fall. Ja, dann hätten sie halt vorher einfach vernünftig spielen sollen und dann hätten sie das auch machen können, wenn ihm das so wichtig ist. Mein Gott. Das ist einfach nur noch ein Schauspiel. Ganz ehrlich, weil das meint er ja nicht ernst. Ja, natürlich. Man weiß doch selber den Modus von der Nations League nicht. Der geht dann dahin und sagt, ja, wir haben hier ein Spiel, da stelle ich ein paar Leute auf und dann gucken wir mal, was rauskommt. Das sind halt auch alles bessere Testspiele tatsächlich. Ich glaube, das ist vollkommen Latte. Ja, es ist halt sportlich total irrelevant. Es wird nie jemand irgendwie sagen, geil, wir haben die Nations League gewonnen. So, Grüße, liebe UEFA. Nee, wirklich nicht passieren. Uli Hoeneß wird sich vielleicht am Ende hinstellen und wird sagen, wir haben die Nations League nur gewonnen, weil Manuel Neuer die Nummer 1 im Tor war. Aber das ist wieder eine andere Story. Dazu vielleicht 3,90 hören. Aber da muss ich tatsächlich sagen, da hoffe ich viel eher darauf, dass wir irgendwie, dass es wirklich dazu kommt, dass vielleicht ein Kevin Trapp in der Japan-Auswahl ist, also wenn es dann um die, wie heißt das, die Olympia-Sache geht, 2020, da bin ich mal gespannt, ob das sich so bewahrheitet, weil da hätte ich Bock drauf. Tatsächlich ist das eher der erste Wettbewerb, auf den ich mich seit längerer Zeit in so einem deutschen Kontext freue. Also da kann ich mir echt vorstellen, dass ein paar ganz gute Kicker da antreten. Kannst du mich da kurz abholen? Was redest du? Also momentan ist ja klar, dass 2020, da ist ja Sommer-Olympia in Japan und da gibt es natürlich wieder ein Fußballturnier. Und momentan gab es also zuletzt ein bisschen die Gerüchte, dass Kevin Trapp, wenn er jetzt schon nicht mehr im A-Team ist, dass er dann wenigstens der Stammtorhüter wird für die Olympia-Auswahl. Und dort hat... Ist das die U21, wo du drei Spieler dazuholen darfst oder so? Genau. Und er wäre einer von den dreien, tatsächlich. Und genauso gab es zuletzt auch die Gerüchte, ob Poldi nochmal reaktiviert wird, weil er halt das Land kennt und dementsprechend vielleicht auch so ein bisschen in den Hype nochmal abholen kann. Und je nachdem, wie viel er spielt, aber ich, keine Ahnung, aus einer Fußball-Entertainment-Sicht würde ich das ganz lustig finden, tatsächlich. Das fände ich auch. Poldi nochmal wäre, wäre lustig. Ja, also insofern, ich glaube, das ist was Spannender als alles, was da sonst im DFB-Kontext passiert. Das ist aber auch nicht schwierig. Na gut, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Hervorragend. Dann befinden wir uns jetzt quasi auf der Zielgeraden der Folge in dieser Woche. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen für alle diejenigen, die uns in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten, auf welche Weise auch immer hier so stark supportet haben. Vielen, vielen Dank. In der, wie angekündigt, in der nächsten Woche sind wir wahrscheinlich auf einem anderen Sendeplatz. Von daher da einfach mal die Social Media im Auge behalten. Aber das müsst ihr ja sowieso tun, um unseren Tweet zur Sendung zu sehen, den ihr dann retweeten könnt. Und dann habt ihr die Chance, ein Exemplar von Pro Evolution Soccer 20 zu gewinnen. Wir werden das dann nächste Woche live in der Sendung auslosen und den Gewinner dann informieren. So, und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Allen denen, die am Freitag in Berlin sind, viel Spaß. Habt ein Auge auf den Basti, damit der heil, wohlbehalten, mit Schlüssel und Handy in irgendeiner Art und Weise wieder zurückkommt. Wir sagen Ciao, ciao und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.